Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 181 vom 22. März 2020 und an den Mikrofonen im jeweiligen Homeoffice begrüßen euch heute Ulf Buermeyer, das bin ich und am anderen Ende der Leitung Philipp Anse, ganz herzlich willkommen auch von mir, ja Homeoffice wie das in diesen Tagen vorgeschrieben üblich und auch angesagt ist. An dieser Stelle nochmal ganz kurz ein ganz 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 herzliches Danke an all jene, die von der Möglichkeit die Tickets für die Lage live in Hamburg zu stornieren keinen Gebrauch gemacht haben, das hilft uns natürlich gerade jetzt auch in so Situationen, wo zum Beispiel Werbekunden jetzt nicht darauf warten hier Werbung zu schalten, unglaublich weiter. Ja das ist super nett, super nett und ganz ehrlich das waren muss man sich übrigens etwa zwei Drittel, die quasi ihr Ticket gespendet haben, ganz ganz herzlichen Dank, das ist eine irre Solidarität der Lagehörerinnen und Lagehörer und darüber haben wir uns sehr gefreut, das ist echt super nett. Genau, aber wie gesagt, denkt auch, also wir freuen uns natürlich, aber es gibt natürlich eine Million anderer Kulturinstitutionen, auch kleinere Art und Künstler, Künstlerinnen und so, die eure Großzügigkeit enorm gebrauchen können, also wenn ihr da Tickets habt und so, da würde ich auf jeden Fall auch überlegen, ob ihr die nicht vielleicht einfach so Last verfallen lasst und den Leuten das einfach überlasst. Oder sonst überlegt, was man tun kann, wir haben in den Shownotes auch zwei Links von Petitionen mal verlinkt von Menschen, die eben als freie Künstlerinnen arbeiten oder in Kulturinstitutionen und die einfach große wirtschaftliche Probleme haben, wir kommen in der heutigen Lage ausführlich dazu, was von Seiten der Bundesregierung getan wird für diese Menschen, Aber auch ihr könnt sicher euren Beitrag leisten und beispielsweise diese Petitionen unterschreiben, wenn ihr sie für sinnvoll haltet oder eben sonst überlegen, was man tun kann für die Kulturschaffenden vor Ort, da gibt es ganz ganz viele Dinge, man kann sich ja ein Theaterabo shoppen, auch wenn das Theater gerade nicht läuft oder ähnliche Dinge. Man kann Gutscheine kaufen, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man einfach diesen Menschen helfen kann, damit es sie einfach noch gibt, ja, damit sie einfach ihren künstlerischen Beruf weiter ausüben können, auch in Zeiten der Krise und vor allem nach Zeiten der Krise, denn wir wollen ja alle, dass wir irgendwann wieder ins Konzert gehen können, ins Theater gehen können oder andere Kunst genießen können, wenn diese harten Zeiten vorbei sind. Damit aber natürlich zum wöchentlichen Corona-Update diese Woche, ja, Stand 0 Uhr, heute Samstag, nee, Sonntag ist es heute, nehmen wir auf, also über 18.000 Fälle in Deutschland, 55 Tote laut RKI, dazu sagen wir gleich noch ein bisschen was, aber insgesamt kann man sagen, dass weltweit jetzt ein exponentielles Wachstum der Fälle deutlich ist und nicht mehr zu bestreiten und ja, Punkt. Das muss man sagen, wobei es eben auch Ausnahmen gibt von Staaten, die das Wachstum oder das Anschwellen dieser Epidemie besser in den Griff bekommen haben, auch dazu sagen wir gleich noch etwas, denn damit, davon kann man, denke ich, eine ganze Menge lernen. Zunächst mal aber zu der Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit den Maßnahmen, die ja unter anderem in den deutschen Bundesländern zwischenzeitlich ergriffen worden sind, vielleicht erstmal ein kleines Update zur Begrifflichkeit. Wir haben ja auch in der vergangenen Folge von sozialer Distanzierung gesprochen, das ist so eine ziemlich direkte Übersetzung des im englischen Sprachraum inzwischen eingeführten Social Distancing und da sind wir darauf hingewiesen worden, dass diese Bezeichnung ja irreführend und schädlich ist, denn es geht natürlich gerade nicht darum, soziale Distanz herzustellen, sondern physische Distanzierung, also quasi räumliche, örtliche Distanzierung und bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der sozialen Bindung. Natürlich müssen wir gerade in diesen Zeiten, wo wir unsere Lieben nicht mehr in den Arm nehmen können, jedenfalls nicht die, mit denen wir nicht zusammenwohnen, in diesen Zeiten müssen wir natürlich gerade mit technischen Mitteln zum Beispiel versuchen, so viel soziale Nähe wie eben möglich aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite ist dieser Begriff soziale Distanzierung inzwischen oder Social Distancing so gut eingeführt, ich denke wir alle wissen, was gemeint ist, nicht soziale Distanzierung im engeren Sinne, sondern es geht darum, physisch Abstand zu halten. Genau, also da, ich habe gestern auch mit meiner Mutter gewürfelt, also wir haben das iPad verbunden mit FaceTime und dann haben wir, habe ich quasi senkrecht von oben eine WhatsApp-Call mit meinem Telefon hergestellt, damit sie die Würfel sehen kann und dann haben wir gewürfelt. Großartig, remote kniffeln. Genau, genau, so ein bisschen, also es war sehr lustig und hat Spaß gemacht und haben wir vorher nie gemacht und so fühlt sie sich ein bisschen mehr bei uns. Gut, aber die Wirksamkeit der Maßnahmen, das ist natürlich jetzt die zentrale Frage, du hast da ein Beispiel rausgesucht aus Norditalien, Bergamo versus Lodi. Ja, ganz genau, genau, die Frage ist eben, was bringen diese Maßnahmen, die wir bislang schon eingeleitet haben, bislang ist in den Zahlen jedenfalls noch nicht eindeutig irgendeinen Effekt festzustellen. Und um das so ein bisschen besser zu verstehen, warum das noch nicht passiert ist, lohnt sich eben dieser Blick nach Norditalien. Da hat jemand auf Twitter, der Max Fischer, mal die Maßnahmen in den beiden Städten Bergamo und Lodi verglichen. Das sind zwei Provinzen, also Städte mit jeweiligen Provinzen drumherum in Norditalien und Lodi hat schon am 23. Februar, also nach dem Auftreten der ersten Infektionen, mit Maßnahmen der Social Distancing begonnen. Bergamo hingegen erst am 8. März, also rund zwei Wochen später. Und in den Kurven der infizierten Zahlen für diese beiden Orte sieht man tatsächlich erst zwei Wochen nach Beginn der Maßnahmen in Lodi, wie die beiden Kurven auseinanderlaufen. Also zunächst mal haben sich die Zahlen in beiden Orten mehr oder weniger parallel entwickelt, sieht man in der Kurve ganz schön, haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Und erst zwei Wochen nach Beginn der Maßnahmen in Lodi sieht man, wie die Kurven auseinanderlaufen. Also in Bergamo geht es total durch die Decke und das gilt inzwischen als ein Epizentrum dieser Corona-Krise in Norditalien. Während in Lodi die Zahlen immer noch leicht ansteigen, aber wirklich nur noch um einige wenige Fälle. Und man kann soweit gehen zu sagen, dass Lodi die Situation im Griff hat, ganz anders als Bergamo. Mit anderen Worten, es ist natürlich extrem schwer einzuschätzen, welche Maßnahmen exakt wie wirksam sind. Aber vor allem deswegen ist es schwierig, weil es so eine Art Verzögerung gibt zwischen Maßnahme und dem Beginn, dass man diese Maßnahme auch tatsächlich sehen kann. Der Hintergrund sind mehrere Effekte, die zusammenkommen. Das eine ist die sogenannte Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten von Krankheitssymptomen. Bevor man keine Symptome hat, lässt man sich normalerweise nicht testen. Dann muss man auf den Test warten, dann muss der Test ausgewertet werden und dann müssen die Ergebnisse kommen und an eine Zentralstelle gemeldet werden. Und so kommen etwa 10 bis 14 Tage Verzögerung zwischen Infektion und tatsächlicher Messbarkeit der Wirksamkeit von Maßnahmen zustande oder Infektion und Meldung zustande. Und damit auch diese zwei Wochen Wartezeit zwischen Maßnahmenbeginn und Beginn der Effekte in der Statistik. Aber das lässt uns natürlich hoffen, denn in Deutschland haben wir ja im Grunde erst vor einer Woche angefangen, Philipp. Insofern wäre es völlig normal, wenn wir bei uns noch keine Effekte sehen. Genau, das sagt auch der Chef des Robert-Koch-Instituts. Die Wirkung der von der Regierung jetzt beschlossenen Einschränkungen könnte zwei Wochen geschätzt werden. Das hat er vor ein paar Tagen gesagt. Also da ist sicherlich noch eine gute Woche, muss da ins Land ziehen, bis man da ein bisschen mehr weiß. Viele Menschen haben, ja das ist ein bisschen die Frage, also wie viele haben denn jetzt mitgemacht bei diesen, nach dieser, nach der Kanzleransprache, der war auch klein noch was sagen von der Merkel, aber auch nach diesen großen sozialen Aufforderungen, haltet euch zurück, geht auf Distanz und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt so ein, sagen wir mal, widersprüchliche Anekdoten. Also das eine ist, wenn man hier durch Berlin fährt, aber das weiß ich auch von anderen Städten, dass es schon deutlich leerer ist. Also das glaube ich, das kann man schon sagen. Gleichzeitig gibt es natürlich Spielplätze, die voll sind und Cafés, Berichte von Cafés in anderen Städten, wo die Leute schön in der Sonne sitzen, dicht an dicht. Und natürliche Supermarktschlangen auch dicht an dicht und wo viele dann irgendwie noch Corona-Partys feiern und so. Also da gibt es so Anekdoten in unterschiedliche Richtungen, aber mein Eindruck ist schon, dass es zumindest nicht wirkungslos geblieben ist. Ja, ich würde denken, dass man da auch über die Tage unterschiedliche Effekte gesehen hat. So ganz am Anfang war die Stadt natürlich auch deutlich leerer, als man das sonst erwarten würde, aber ich finde, dass die Effekte über die Tage deutlich zugenommen haben. Also insofern würde ich sagen, es war schon ein ziemlicher Auftakt dieser, wie soll ich, dieser Maßnahmen. Aber sie sind doch über die Tage noch deutlich wirksamer geworden. Insofern würde ich erwarten, dass die Wirkung, wenn sie sich dann erstmal zeigt in den Statistiken, auch von Tag zu Tag noch ein bisschen stärker wird. Auf der anderen Seite muss man doch sehen, gab es natürlich auch Spinner, die auf YouTube und WhatsApp und so Fake News verbreitet haben, finde ich in diesen Tagen völlig unverantwortlich. Beziehungsweise ein gewisser Herr, der mal für die SPD im Bundestag saß und auf YouTube irgendwelche Fake News gestreut hat, von wegen alles nicht so dramatisch mit Corona ist, alles nicht schlimmer als eine Grippe. Ich frage mich immer, wie können solche alten weißen Männer, die systematisch verhindern, dass wirksame oder versuchen zu verhindern, dass wirksame Anti-Corona-Maßnahmen auch befolgt werden. Wie können solche Leute noch in den Spiegel schauen? Ich kann das nicht begreifen. Also kann man da nicht seine persönliche Eitelkeit mal einmal zurückfahren? Das ist der Gelegenheit, die mal richtig zu zeigen. Ja, also die Frage ist, wann wirken sie, wie wirken sie? Und jetzt gibt es also schon, auch der Spiegel berichtet darüber, offensichtlich, oder sagen wir mal, auf den ersten Blick Anzeichen, so scheint es zumindest zu sein, dass diese Maßnahmen wirken. Denn die Anzahl der täglich neu dazukommenden Infizierten, zumindest in den Zahlen, sinkt seit drei Tagen. Also die Kurve steigt noch, es kommen noch täglich neue hinzu, aber die Anzahl derjenigen, die jeden Tag hinzukommen, die ist in den letzten Tagen ein bisschen gesunken. Also Samstag waren noch 2.705 offiziell Neuinfizierte hinzugekommen, am Sonntag waren es über 700 weniger, also knapp 2.000, 1.948. Und jetzt ist natürlich die Frage, das geht seit, wie gesagt, seit, glaube ich, zwei, drei Tagen ungefähr, sinken diese Zahlen, die jeden Tag dazukommen an Neuinfizierten. Und die Frage ist natürlich, wirken jetzt diese Maßnahmen schon? Ist das eine Trendumkehr? Haben wir die, haben wir die Infektion im Griff? Und da muss man, glaube ich, ganz sagen, das weiß man einfach nicht. Ja, also nach allem, was wir wissen aus den italienischen Beispielen und auch wenn man mal eins und eins zusammenzählt, es kann eigentlich noch kein Absinken der Neuinfektionszahlen sein infolge der Maßnahmen. Dazu wäre es ein bisschen zu schnell. Es kann höchstens sein, dass quasi die ersten Maßnahmen aus der Privatwirtschaft Wirkung zeigen. Also die GFF zum Beispiel, Gesellschaft für Freiheitsrecht hat ja am Donnerstag schon mit, vergangener Woche mit Homeoffice begonnen. Das weiß ich auch von einer Reihe von Privatunternehmen, die das etwa am selben Tag getan haben. Also das könnte sein, dass also so die ersten Maßnahmen aus der Privatwirtschaft hier ihre Ergebnisse zeigen. Es können aber auch quasi einfach Verzerrungen der Testergebnisse sein. Denn man kann ja eben, es kann sein, dass die Testkapazitäten überfordert sind. Es kann sein, dass die Gesundheitsämter beim Weitermelden überfordert sind. Und es kann auch sein, dass Labore am Wochenende einfach nicht ans Robert-Koch-Institut weitermelden. Sagt der Tagesspiegel, ne? Genau, also sagen wir mal so, ich glaube, man darf ganz langsam anfangen, Hoffnung zu haben. Aber wir sollten uns noch nicht zu früh freuen. Und vor allem ist es noch viel zu früh, um jetzt irgendwie aufzuhören mit den Maßnahmen. Oder gar zu sagen, alles halb so wild, ich setze mich wieder mit den Kumpels in den Park. Das wäre echt eine Katastrophe. Genau, es gibt im Kern ja, sagen wir mal so, drei Strategien gegen diesen Virus. Und das eine ist das Nichtstun. Ich glaube, über die Phase sind wir bis auf ein paar Irre hinaus. Die sagen, ist ja nur eine leichte Erkältung, müssen wir nichts machen. Ich glaube, da herrscht mittlerweile Konsens, dass wir Millionen von Toten hätten, völligen Kollaps des Gesundheitssystems. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Über diesen Punkt sind wir hinaus. Der nächste ist die sogenannte Mitigation of English. Also auf Deutsch vielleicht Milderung. Und da ist das Ziel, das fällt so unter dieses Kapitel Flatten the Curve. Also, dass wir davon ausgehen, es wird ein Zwei-Drittel der Bevölkerung sich anstecken. Wir müssen halt nur die Zeit strecken, in der das passiert, um den Höhepunkt möglichst niedrig zu halten, um ihn halt möglichst in dieser Grenze dessen zu halten, was Krankenhäuser und Intensivstationen hier leisten können. Und da ist es halt also dieser Kernfaktor, diese Ansteckungszahl R0. Also, wie viele andere Menschen steckt jemand an, der krank ist? Und die liegt je nach Messung momentan so bei zweieinhalb, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Und da wäre also die Strategie der Milderung zu sagen, also unter eins kriegen wir es vielleicht nicht, aber unter zwei sollten wir es deutlich bekommen. Und das ist also diese Frage. Milderung, ja, also nicht tot kriegen, aber das so abflachen, dass wir das handeln können. Und da sind halt diese Maßnahmen, die wir auch haben. Bleib zu Hause. Es sind die Appelle, physische Distanzierung etc. Und da sagte der LKI-Chef, wenn wir das nicht nachhaltig schaffen, ist das möglich, dass wir in zwei bis drei Monaten bis zu zehn Millionen Infizierte haben. Also, das ist dieses Szenario, nichts tun. Und das müssen wir verhindern. Also ist diese zweite Strategie Mitigation. Und die dritte wäre Suppression und Containment. Genau, und da muss man sagen, das sind natürlich jetzt keine Schwarz-Weiß-Abgrenzungen, sondern im Grunde ist die Mitigation, die Milderung, eben der Ansatz, Philipp hat es gesagt, flatten the curve mit auch schon einschneidenden Maßnahmen. Also alle Restaurants und Clubs und Bars zu schließen, das ist ja jetzt nicht nix, Suppression und Containment ist das Ganze dann aber noch mal 100 quasi. Also bei der Suppression-Maßnahme geht es darum, fast alle bleiben daheim mit dem Ziel, dass dieses Virus in der Bevölkerung mehr oder weniger ausstirbt. Und wenn es praktisch keine Neuinfektionen mehr gibt, dann fängt man an, diese Maßnahmen vorsichtig wieder zu lockern. Aber die Voraussetzung, dass dann nicht sofort die Fälle wieder durch die Decke gehen, ist, dass man dann jeden einzelnen neuen Fall tracken kann. Dass man also für jeden einzelnen Fall, der dann trotzdem noch auftritt, tatsächlich sämtliche Kontaktpersonen ausfindig macht und die wiederum einem 14-tägigen Containment, also einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne unterwirft. Das ist natürlich eine radikale Maßnahme. Also um wirklich dafür zu sorgen, dass sich kaum noch jemand anstecken kann, müssen eben wirklich praktisch alle Menschen zu Hause bleiben. Das bedeutet, dass im Wesentlichen auch das Wirtschaftsleben zum Stillstand kommt. Dann geht es eben nicht nur um Clubs und Bars, sondern dann muss der öffentliche Personennahverkehr stillgelegt werden. Und dann müssen alle Menschen, die nicht in existenziellen Berufen bleiben, einfach ihren Job aufgeben. Es sei denn, sie können ihn von zu Hause aus ausüben. Das heißt dann also Homeoffice oder arbeitslos. Das ist schon eine richtig radikale Maßnahme. Das ist eine richtig radikale Maßnahme. Und um so ein bisschen die Wirkung mal durchzuspielen, die diese verschiedenen Maßnahmen und Strategien denn hätten und was das bedeuten würde, da gab es halt diese Woche eine Modellierung des Imperial College aus London. Modellierung bedeutet also, die haben ein Rechenmodell, treffen verschiedene Annahmen und was so Infektionsrate angeht, was Kapazität der Krankenhäuser, der Intensivstationen angeht, was die Mortalität angeht oder wie immer die Letalität ist es ja genau genommen bei Krankheiten. und rechnen dann einmal durch und wenden auf das Modell verschiedene, wie das immer so heißt, nicht pharmazeutische Maßnahmen an. Also wir gehen davon aus, wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament, keine Therapie, sondern wir haben nur so Maßnahmen wie Social Distancing oder Kita-Schließung, Schulschließung. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Und das haben diese Forscher und Forscherinnen am Imperial College mal gemacht und sind halt auch zu dem Schluss gekommen, okay, also nichts tun ist nicht wirklich eine Option. Aber die haben halt auch mal durchgetestet, wie ist das mit der Mitigation? Wobei Mitigation in diesem Fall bedeutet, keine Schulschließung. Also nur die Menschen über 70 werden physisch nicht isoliert, aber schon auf Abstand gebracht und dann versorgt. Und alle anderen gehen mehr oder weniger ihrem Leben nach. Und Familien und Angehörigen von Infizierten, die kommen halt in Quarantäne. Das sind ungefähr so die Maßnahmen, die sie als für diese Strategie Mitigation gewählt haben. Und da muss man sagen, ja, die Anzahl der Infektionen geht deutlich zurück, um zwei Drittel. Und trotzdem sind die Intensivstationen und die Beatmungsgeräte, wären in diesem Fall nach diesen Berechnungen um das Achtfache belastet. Und die sagen also, es hat eine Wirkung, diese Maßnahmen, aber es reicht halt überhaupt nicht aus, um den Kollaps unseres Gesundheitssystems und Hunderttausende von Toten zu verhindern. Und sagen deshalb, Suppression, also die Strategie einer Unterdrückung, ist eigentlich der einzig wirklich gangbare Weg, den sie empfehlen würden. Dazu muss man natürlich jetzt immer wirklich sagen, dass diese Begriffe keine trennscharfen Begriffe sind. Also Mitigation und Suppression sind in der Theorie klare Konstrukte, aber in der Praxis auch dieser Studie des Imperial College sind die Übergänge fließend. Also was wir zum Beispiel zurzeit in Deutschland machen, was da genau passiert, werden wir gleich nochmal beschreiben, aber ich denke, wir haben ja alle eine grobe Vorstellung davon. Das liegt irgendwo zwischen dem Ganzen. Also dieses Mitigation-Modell, das das IC durchgerechnet hat, ist deutlich milder als das, was wir haben. Denn wir haben ja zurzeit Schulschließungen, wir haben ja weitgehend Homeoffice und so. Also ich glaube, diese Studie ist deswegen so ein bisschen schwierig, weil man die verschiedenen Herangehensweisen unterschiedlich zuordnen und benennen kann. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch dafür interessiert, wir haben die natürlich verlinkt, die rechnen da auch ganz verschiedene Kombinationen von Maßnahmen durch. Also da kann man sich alles Mögliche angucken. Jedenfalls die Bottomline, das Ergebnis ist, dass sie jedenfalls sagen, eigentlich bräuchte man eine Strategie, die noch strenger ist als das, was wir in Deutschland zurzeit haben. Und das nennen sie dann wiederum Suppression. Ja, wobei Suppression bei denen ist jetzt wiederum da, in diese Suppression-Strategie bei dieser Studie, die sie da durchgerechnet haben, da kommen dann Schulschließungen rein und die haben wir ja schon. Also wir sind nach deren Definition zumindest zum Teil schon auf dieser Suppression-Strategie unterwegs. Und das Problem ist, dass sie sagen, okay, da kriegt man die Fälle unter Umständen, zumindest in Großbritannien, wofür das durchgerechnet wurde, und die USA, aber Großbritannien ist da sicherlich noch am vergleichbarsten mit Deutschland. Da kommt man zu einer signifikanten Senkung und auch zu einem Maß an Infektionen, die das Gesundheitssystem wahrscheinlich mehr oder weniger gut handeln kann. Das Problem da ist nur erstens, diese Maßnahmen müssen für fünf Monate durchgezogen werden. Und nach dem Modell gibt es dann im Winter eine zweite Welle, die deutlich stärker ist als das, was wir jetzt haben. Nach dem Ende der Maßnahmen. Nach dem Ende der Maßnahmen, genau. Also wenn du es fünf Monate durchhältst und dann im Herbst irgendwann locker lässt, gibt es halt im Winter eine zweite Welle mit sehr vielen Infektionen. Und das ist der Stand dieser Modellierung. Und dann gibt es aber auch ein Paper, ein Review von dieser Studie, was wir auch verlinkt haben von anderen Forschern. Und die kritisieren, und das finde ich, da ist durchaus was dran. Die sagen, diese Imperial College-Studie, die ignoriert im Kern zwei Faktoren, nämlich, oder zwei bis drei Faktoren. Die ignoriert, dass wenn wir diese Maßnahmen durchführen und die Ansteckungszahl R0 unter 1 kriegen, also einer Angesteckte, eine Angesteckte, weniger als einen, möglichst keinen anderen mehr ansteckt, dass wir dann die Zahlen so weit runterkriegen, dass wir vielleicht nach kürzerer Zeit den Virus mehr oder weniger gestoppt haben. Aber wenn wir das dann wieder öffnen, dass es dann nicht einfach wieder losgeht, sondern dass wir dann A, Zeit gewonnen haben, um Ressourcen aufzubauen, Intensivstationen, Krankenhausbetten, Pfleger, Pflegerinnen, auch Schutzmasken, Testkapazitäten etc. und auch Personal haben aufbauen können, um dann Fälle, die danach, nach dieser Suppression-Maßnahme auftreten, wirklich schnell zu testen, zu beobachten, rückzuverfolgen, mit welchen Menschen hatte diese Person in den letzten 24 Stunden vor den Symptomen, wo sie vielleicht schon ansteckend war, Kontakt, diese dann wiederum in Quarantäne zu schicken. Und das scheint zu passieren, zum Beispiel in China, wenn man diese Zahlen, die aus China kommen, ernst nehmen will, wenn man sie nicht ernst nimmt und das alles erlogen ist, gut, dann kann man es eh vergessen. Aber die Chinesen sagen ja, sie haben nur eine Handvoll neuer Fälle am Tag. Und wenn die Zahlen stimmen, dann könnte es sein, dass sie genau diese Strategie verfolgen, dass sie halt wirklich das so weit runtergedrückt haben und jetzt ihre ganzen Ressourcen, die sie aufgebaut haben, darauf verwenden, diejenigen zu tracken, die sofort krank werden, die zu isolieren und ihre Kontakte zu tracken und zu isolieren. Und das ist die Kernkritik an diesem Modell, des Imperial College, dass dieser Faktor, Zeit und Aufbau der Ressourcen und Contact Tracing, dass der zu wenig berücksichtigt wurde. Und ich finde, da ist was dran. Da ist was dran. Ich würde auch sagen, natürlich ist diese Studie auch in einer bestimmten Weise unterkomplex. Insofern würde ich diese Kritik schon unterschreiben. Ich finde sie aber deswegen so wertvoll, weil sie uns zumindest sehr deutlich macht, wie stark dieses Potenzial zur exponentiellen Vermehrung einfach ist, was die Infektionen angeht, wie gefährlich es also ist und wie schwer es eigentlich ist, tatsächlich so ein exponentielles Ansteigen der Fallzahlen zu verhindern. Weil diese Studie nämlich schon sehr deutlich macht, dass jedenfalls einzelne und vorsichtige Maßnahmen alleine nichts bringen werden. Und alleine das, finde ich, ist schon mal sehr wertvoll, weil diese Studie uns das vor Augen führt. Und weil sie zugleich aber sagt, es gibt durchaus mit dieser Suppression, also mit den wirklich harten Maßnahmen, die Möglichkeit, diese Epidemie jedenfalls kurzfristig zum Erliegen zu bringen. Und dann ist halt die Frage, wie gut schafft man es zum Beispiel mit Hilfe von Contact Tracing, also dem Nachverfolgen einzelner Infektionswege, es bei Einzelfällen zu belassen. Christian Drosten, der inzwischen zu einiger Berühmtheit gekommene Chefarzt der Virologie an der Charité, hat diese Studie vor vier Tagen im Coronavirus-Update des NDR auch eher positiv bewertet. Diese Studie halte ich für eine der besten Studien, die bisher verfügbar ist. Und die ist eben nicht nur auf die USA, sondern auch auf England gerechnet. Ein Land, das uns sehr ähnlich ist. Und die Aussichten sind wirklich verzweifelnd. Es ist wirklich schlimm, was man da unterm Strich draus liest aus dieser Studie. Eins machte Christian Drosten in seinem Podcast außerdem wiederholt deutlich, eine echte Lösung des Problems kann wohl nur ein Impfstoff bringen. Also wir müssen entweder sehr, sehr harte Maßnahmen zur Einschränkung über Monate bis Jahre hinweg dulden. Oder wir müssen einen Impfstoff entwickeln, der es uns ermöglicht, diese Infektion tatsächlich zurückzudrängen. Und zugleich wird ja immer davon geredet, dass die Entwicklung eines Impfstoffs zwölf bis 18 Monate dauern wird unter normalen Bedingungen. Und deswegen die Anregung von Christian Drosten, doch mal darüber nachzudenken, ob das wirklich so kompliziert sein muss. Mein persönlicher Schluss ist wirklich, wenn wir das Ganze schaffen wollen als Gesellschaft in einer Art, dass wir wirklich nicht eine erhöhte Todesrate akzeptieren wollen in der älteren Bevölkerung, dann müssen wir wahrscheinlich regulative Dinge außer Kraft setzen, was Impfstoffe angeht. Wenn man diese ganzen Sachen zusammenfasst, finde ich, dann spricht einiges dafür, dass es eine Variante wäre, einen wirklichen Shutdown von drei bis vier Wochen zu machen. Und dass man diese Ansteckungszahl unter eins kriegt. Das hätte natürlich erhebliche Einschränkungen. Also ich glaube, weiß nicht, ob man dann noch alle zur Arbeit gehen können, ob dann der öffentliche Nahverkehr noch fahren darf und so. Also da müssten schon noch mal die Einschränkungen eine Stufe schärfer sein, als sie das schon jetzt sind. Aber möglicherweise, da muss man ganz ehrlich sagen, wir können ja jetzt noch etwa eine Woche schauen, wie die bisherigen Maßnahmen wirken. Die werden ja auch teilweise schon ein bisschen nachgesteuert, um irgendwie die Grüppchen im Park zu bekämpfen. Also möglicherweise schaffen wir es ja sogar schon, sagen wir mal, mit dieser Mittelstrategie, irgendwo zwischen Mitigation und Shutdown, diese Infektion zurückzuhalten. Möglich ist das. Aber, Philipp, wenn das nicht gelingen sollte, dann gibt es eben noch eine ganze Menge an Maßnahmen, die möglich wären. Genau, also, ne, und dann gibt es eine Menge Maßnahmen, die möglich wären. Aber wie gesagt, auch eine Arbeitsgruppe an der Nationalen Akademie Leopoldina, die fordern deutschlandweiten temporären Shutdown. Zunächst etwa drei Wochen. Aus wissenschaftlicher Sicht sei das empfehlenswert. Und die Forscher mahnen eine bundesweite, stringente Ausgangsbeschränkung an. Ja, kein schrecktes Arbeitsverbot, kein Verbot des Einkaufs von Lebensmitteln, keine Unterbindung von Spaziergängen im Familienkreis. Also, das ist jetzt kein chinesischer Shutdown. Aber zumindest wäre das schon mal eine deutliche bundesweite Einschränkung mit der Hoffnung, wir kriegen die Infektion runter, können da währenddessen Ressourcen aufbauen, Leute ausbilden, vielleicht Medikamente entwickeln, testen. Vor allen Dingen aber auch Testkapazitäten wieder nach oben fahren. Und dann, wenn man dann das Ding wieder öffnet, genug Ressourcen zu haben, um die, die krank werden und die, mit denen Kontakt hatten, zu tracken, zu kontaktieren und in Quarantäne zu stellen, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern. Das ist zumindest die Logik. Das ist die Logik. Und ich finde das schon relativ überzeugend. Also, wenn das, was wir bisher schon haben, nicht reichen sollte, dann muss man eben einfach noch eine Schippe drauflegen. Ich persönlich hoffe ja immer noch, dass wir in der nächsten Woche langsam aber sicher sehen, dass die bisherigen Maßnahmen Wirkung zeigen und dass das möglicherweise schon reicht und wir einfach damit noch ein paar Wochen weitermachen müssen. Wir werden es erleben. Ganz interessant, in dieser Woche hat Angela Merkel sich zum ersten Mal in ihrer Amtszeit außerhalb der quasi tonusmäßigen Ansprachen zum Jahresende an die Bevölkerung gewandt, eine Rede zur Lage der Nation gehalten, was in Deutschland, anders als in den Vereinigten Staaten, absolut unüblich ist. Und diese Merkel-Ansprache hat jetzt noch nicht direkt solche Maßnahmen angekündigt. Aber Philipp, sie ging noch schon sehr deutlich in dieselbe Richtung. Wie hast du die Ansprache von Angela Merkel wahrgenommen? Ich habe die als sehr gut wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, das, was sie sagen konnte, hat sie gesagt. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie das in der Bundespressekonferenz bei ihrem ersten Auftritt schon macht. Jetzt hat sie es nachgeholt. Deutlicher Appell an die Selbstverantwortung der Leute nach dem Motto, wir leben in einer freien Gesellschaft, wir leben in einer Demokratie, wir wollen das alles transparent machen. Uns sind bestimmte Werte wichtig. Wir wollen keine drakonischen Maßnahmen einfach so verhängen. Dazu zählt aber, dass jeder und jede Verantwortung übernimmt. Und daran appelliere ich. So, das war sehr, auch im Ton fand ich richtig. Nicht zu, wie sagt man, nicht zu streng. Aber man hat ihr schon angemerkt, dass ihr das ein wirkliches Anliegen ist. Und sie hat sich auch bei Krankenschwestern und Pflegern, Pflegerinnen, Ärzten, Ärztinnen bedankt, dass die das so machen. Auch Verkäufer, Verkäuferinnen an der Kasse hat sie sich bedankt. Also ich finde, sie hat da einen Ton getroffen. Und wenn die Strategie war, erst mal zumindest, erst mal die Gesellschaft zu ermahnen und ihnen einen Weg vorzugeben und zu zeigen, dass sie sich darum kümmert, finde ich, hat sie den richtigen Ton getroffen. Hat sie gesagt, was man sagen konnte. Das fand ich auch. Ich habe das auch als eine außerordentlich überzeugende, kurze Rede wahrgenommen. Habe ihr da gerne zugeschaut und hatte jenseits der inhaltlichen Details das Gefühl, da ist einfach jemand zwar persönlich sehr bewegt, aber jetzt überhaupt nicht in Panik und absolut quasi Herrin über die Situation. Das fand ich auch sehr angenehm, denn das ist ja psychologisch auch nicht ganz unwichtig. Zugleich aber, fand ich, hat Angela Merkel auch sehr deutlich gemacht, dass die staatlichen Maßnahmen, weiß Gott, noch nicht am Ende angekommen sind. Und hat damit auch deutlich gemacht, wenn jetzt also dieser Appell an die Eigenverantwortung und die bisherigen Beschränkungen, wenn das alles nicht reicht, dann kann man noch andere Seiten aufziehen. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Ja, also ich finde, die Worte sind schon recht deutlich. Und jetzt sind wir ja auch mittlerweile an einem anderen Punkt. Zumindest einige Länder und Kommunen sind schon weitergegangen als das, was Merkel nur angedeutet hat, nämlich Bayern, Saarland, aber vor allen Dingen Bayern, haben Ausgangsbeschränkungen, keine Sperrenbeschränkungen erlassen. Also man darf in Bayern nur raus in zwingenden Fällen. Man soll keine Gruppen bilden. Man läuft Gefahr, wenn man wieder zuwiderhandelt, Kontrollen und Strafen zu erleiden. Man darf noch zu alle zur Arbeit, aber man darf auch. Ja, das muss man sagen, Philipp, das ist ganz wichtig. Du bist jetzt im Grunde schon so ein bisschen dieser Bayern-PR auf den Leim gegangen. Man darf eben, man sie sagen, man darf nur raus für zwingende Fälle. Genau das steht aber nicht drin. Beziehungsweise als zwingender Fall wird auch Bewegung im Freien oder Sport im Freien definiert. Mit anderen Worten, spazieren gehen ist ein zwingender Fall im Sinne dieser bayerischen Ausgangsbeschränkung. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, denn die Bayern spielen da ein doppeltes Spiel. Sie haben eine Regelung erlassen, die aus meiner Sicht rechtlich absolut vernünftig ist. Sie beschränken das Rausgehen zwar prinzipiell, aber lassen dann doch eine zu große Hintertür. Die lassen dann erheblichen Spielraum, um immerhin alleine oder zu zweit oder mit Leuten aus dem eigenen Haushalt noch spazieren gehen zu können. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich keine Ausgangssperre und wie ich persönlich finde, auch nur eine moderate Ausgangsbeschränkung. Also damit kann man jedenfalls für einen Übergangszeitraum leben. Und die Regelung ist ja auch sehr scharf befristet. Das eigentliche Problem ist aber, dass die Polizei in Bayern jetzt was ganz anderes kommuniziert. Da fahren also Lautsprecherwagen durch die Gegend und sagen, man dürfe gar nicht mehr raus und zugleich werden irgendwie 25.000 Euro Bußgeld angedroht in einem Videoschnipsel, den ich auf Facebook gesehen habe von so einem Lautsprecherwagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist natürlich eine ziemlich perfide Strategie, dass man eigentlich rechtlich eine, wie ich persönlich finde, verhältnismäßige Maßnahme ankündigt und auch erlässt und dann aber in der PR über diese Maßnahme so tut, als dürfte man nur noch aus zwingenden Gründen raus. Und denn bei zwingendem Grund denkt ja kein Mensch an Spazierengehen. Denn ob das nun wirklich zwingend ist, weiß ich nicht. Im Gegenteil, die Polizei erweckt deutlich den Eindruck, man dürfe eben nicht mehr raus, wenn es nicht zum Beispiel um den Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt geht. Also das finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also die eigentliche Regelung finde ich überzeugend. Dann aber in der Kommunikation so zu tun, als sei die Regelung wirklich strenger, das finde ich schon so ein bisschen unredlich. Da finde ich werden dann die Menschen in Bayern schon ziemlich bevormundet. Man soll dann doch einfach ehrlich sein und sagen, was man will. Nämlich, dass man nicht mehr in Gruppen rausgeht. Denn das ist doch total vernünftig und das werden die Menschen auch verstehen. Ja, und ähnliche Sachen gibt es auch im Saarland, im Freiburg. Und am Montag will eben das Kabinett, also heute ist Sonntag, aus heutiger Sicht Montag, morgen will das Kabinett eben entscheiden, ob es auch so wie immer geartete Maßnahmen bundesweit geben soll. Also entweder solche Ausgangsbeschränkungen nach dem Vorbild von Bayern oder vielleicht noch mehr, was man irgendwie doch mehr als Ausgangssperre bezeichnen könnte. Wo dann wirklich, was ich darunter verstehe, ist ja dann, dass man dann wirklich nicht mehr raus darf. Also in China war das ja so, da dürfen die Leute dann pro Familie nur einer alle drei Tage raus und es steht jemand vor der Tür, bei dem man sich an- und abmelden muss und so. Also das ist ja dann schon nochmal eine völlig andere Liga. Also was da bundesweit passieren wird, ob was bundesweit passieren soll, das wird am Montag beraten. Und da kocht natürlich jetzt schon länger die Frage hoch, die Debatte, ist das denn rechtmäßig okay? Sind das, weil das ist ja je nach Ausformung doch schon mit erheblichen Freiheitseinschränkungen und Einschränkungen unserer Grundrechte, Bewegungsfreiheit etc., Versammlungsfreiheit und so verbunden, ist das denn gerechtfertigt? Ja, ganz genau. Das ist natürlich eine Frage, die viele Menschen bewegt. Und viele Menschen melden sich jetzt auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das ist ja dieser Verein, dessen ehrenamtlicher Vorsitzender ich bin. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat deswegen eine Taskforce eingesetzt. Das heißt eine Arbeitsgruppe, mit der wir zunächst mal beobachten, was denn eigentlich an freiheitseinschränkenden Regelungen in den Bundesländern so in Kraft ist. Wir arbeiten auch gerade in der FAQ, die wir in einer allerersten Fassung online geschaltet haben, könnt ihr aufrufen unter freiheitsrechte.org slash Corona minus und minus Grundrechte. Ja, das ist unsere kleine Taskforce Grundrechte in Times of Corona. Und völlig klar ist, wir gucken uns diese Regelung ganz genau an. Und wenn da irgendetwas grundrechtlich zu weit geht, insbesondere unverhältnismäßige, weil sinnlose Beschränkungen enthält, dann behalten wir uns da auch rechtliche Schritte vor. Ja, und als Ergebnis dieser Arbeitsgruppe wissen wir jetzt wenigstens im Groben, wie die Rechtslage tatsächlich ist. Leider ist sie natürlich nicht ganz so klar, wie man sich das wünschen würde. Die typische JuristInnen-Antwort kommt drauf an. Und genauso ist es auch hier. Also es gibt, also das maßgebliche Gesetz dafür ist das sogenannte Infektionsschutzgesetz, insbesondere dessen Paragraf 28. Das enthält aber keine konkreten Regelungen für Ausgangssperren, sondern enthält nur eine sogenannte Generalklausel. Da gibt es eine ganze Reihe konkreterer Maßnahmen, die man verhängen kann, Berufsverbote zum Beispiel und so. Aber es gibt auch eine Generalklausel, Paragraf 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Da heißt es auszugsweise, werden Kranke festgestellt. So trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Und die notwendigen Schutzmaßnahmen, das ist nun wirklich ein denkbar weiter Fall. Konkret genannt sind Beobachtung, Quarantäne, Berufsverbot. Die sind hier natürlich nicht einschlägig. Das heißt, diese Norm ist extrem pauschal. Und aus der verfassungsgerichtlichen Perspektive muss man sagen, die Anwendbarkeit einer Generalklausel für sehr weitgehende Einschränkungen von Grundrechten ist problematisch. Also eigentlich gilt, je schwerer ein Eingriff in Grundrechte ist, desto spezifischer und normenklarer muss auch die gesetzliche Grundlage sein. Das macht Sinn, je mehr letztlich auf Grundlage eines Gesetzes möglich sein soll, desto genauer muss der Gesetzgeber sich das überlegt haben und desto genauer muss er es reingeschrieben haben. Das ist letztlich Auswirkung des Demokratieprinzips. Also die gewählten Parlamente sollen sich möglichst präzise überlegt haben, was die Behörden tatsächlich tun dürfen. Und so eine Ausgangssperre ist ja nun offensichtlich, Herr Philipp hat es gesagt, eine sehr, sehr harte Einschränkung von Grundrechten. Man ist noch nicht ganz inhaftiert, man ist ja immer noch in den einigen vier Wänden, aber man darf sie im Prinzip dann auch nicht mehr verlassen bei einer strikten Ausgangssperre. Und dementsprechend kann man sehr gute Gründe dafür vorbringen, wieso das nicht gilt auf Grundlage dieser breiten Generalklausel. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, lässt das Verfassungsgericht bei neuartigen Gefahrenlagen, die man also quasi nicht so richtig in den Blick nehmen konnte vorher und wo man also keine präzisen Ermächtigungsgrundlagen schaffen konnte, weil man einfach nicht wusste, dass so ein Problem auftreten kann, relativ viel Freiraum, jedenfalls für eine Übergangszeit. Das heißt also, im Ergebnis wird man sagen müssen, ich glaube, man wird auch auf der Grundlage von 28 Absatz 1 Ausgangssperren erlassen können. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, nur bei sehr strikter Verhältnismäßigkeit der auf dieser Grundlage getroffenen Anordnung. Das heißt also, ja, es gibt eine gesetzliche Grundlage, aber diese gesetzliche Grundlage muss dann mit größter Vorsicht und mit ganz viel Liebe auch zum Detail angewendet werden. Es darf also insbesondere kein milderes Mittel geben. Also dazu gehört, man muss wenigstens mal schauen, was diese, sagen wir mal, harte Mitigation-Strategie, die wir bislang fahren, überhaupt bringt. Und wenn dann nach zwei Wochen, also jetzt ab heute so in etwa einer Woche, deutlich wird, wir schaffen das überhaupt nicht, es geht nach wie vor durch die Decke, dann kann man natürlich auch mal über Ausgangssperren nachdenken. Aber auch dann gibt es tausend denkbare Abstufungen. Und ehrlich gesagt gefällt mir aus dieser Perspektive wird diese Regelung in Bayern relativ gut, weil sie zunächst mal sagt, Ausgang nur mit gutem Grund, dann aber eben die guten Gründe relativ weit fasst. Also ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man keine harte Ausgangssperre verhängt, sondern Ausgangsbeschränkungen, die aus meiner Sicht auf jeden Fall verhältnismäßig wären. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel der Grund, ich muss zur Arbeit fahren, noch wegfällt oder jedenfalls eingeschränkt wird für nicht essentielle Berufe. Also um es mal ein Beispiel zu bilden, das gesamte Baugewerbe. Also hier rund um meine Wohnung sind mehrere Großbaustellen. Also da hat man das Gefühl, die feiern Corona-Party. Also da wird gebaut ohne Ende. Da ist nicht im Ansatz erkennbar, dass die Arbeiter da weniger geworden wären oder weniger fleißig arbeiten würden. Ganz offensichtlich ist es den Corona völlig schnuppe. Oder ihren Arbeitgeber. Oder den Arbeitgeber. Das hat natürlich ökonomische Hintergründe, wenn man auf die Kennzeichen schaut. Homeoffice ist da schwierig. Homeoffice wäre da in Rumänien oder in Polen, wenn man mal auf die Kennzeichen guckt. Also natürlich, das war jetzt ein bisschen überspitzt. Die Arbeiter können sicher nichts dafür. Das ist im Zweifel Arbeitsmigration. Das sind im Zweifel Menschen, die existenziell angewiesen sind auf den Lohn und oft genug auch noch um den Lohn geprellt werden vermutlich. Also ich will das hier wirklich nicht auf dem Rücken der kleinen Leute austragen. Ich wollte nur sagen, es gibt einfach viele Berufe, die bislang ungebremst weiterlaufen, die vielleicht dann im Fall einer solchen Ausgangsbeschränkung nicht mehr weiterlaufen könnten. Außerdem, Philipp, muss man ja auch sehen, gibt es ja auch bei Ausgangssperren andere Risiken. Absolut. Man würde Corona eindämmen, aber das käte auch einen hohen Preis. Ja, genau. Also es hätte einerseits den Preis natürlich der Freiheitsrechte, die dort eingeschränkt sind. Aber es hätte halt eben auch den Preis, so was wie steigt häusliche Gewalt an? Fragezeichen. Ja, weiß man nicht. Es muss man ja insgesamt sagen, es gibt, soweit wir das gesehen haben, keinerlei wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen einer solchen wie auch immer ausgeformten Ausgangssperre. Also das ist viel Spekulation und viel Vorantasten. Ja, zum Beispiel auch Wiederaufflammen psychischer Probleme. Wenn die Leute ja vielleicht schon immer ein paar psychische Probleme hatten und nun irgendwie auch noch nicht mal raus dürfen oder keinen Kontakt haben dürfen zu ihren Freunden, kriegen die dann noch größere Probleme, als sie das ohnehin hatten. Das sind alles so Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Plus natürlich der ganze wirtschaftliche Schaden, der bei sowas eintritt und die ganzen Pleiten und Finanzprobleme, die dabei auftauchen. Also wenn wir das so mal so Revue passieren lassen, dann habe ich doch den Eindruck, gemessen an dem, was wir jetzt skizziert haben, Verhältnismäßigkeit, mildere Mittel ausprobieren, vortasten, trotzdem natürlich diese Krankheit ernst nehmen und versuchen sie einzudämmen, dass wir da in Deutschland eigentlich auf einem okayen Weg sind, oder? Also Merkel hat erst verbal sehr deutlich aufgefordert und an die Verantwortung appelliert. Dann hat Bayern eine Ausgangsbeschränkung erlassen, vielleicht kommen Montag noch welche hinterher. Also viele haben ja auf den sozialen Medien, das habe ich auch so mitgefolgt, den Impuls, wir machen hier alles dicht, peng. So, das ist jetzt hier Krankheit und wir machen den Laden erst mal einen Monat dicht. Und das ist, glaube ich, nicht die Art, wie man in der Demokratie damit umgehen kann, so wirksam das vielleicht auf den ersten Blick gegen die Ausbreitung des Virus wäre, oder? Ja, das ist eben das Ding. Demokratie ist eigentlich keine Basta-Politik. Und insbesondere verfassungsrechtlich ist eben nicht Basta angesagt, sondern verhältnismäßiges Vorgehen. Und Philipp, ich teile deine Einschätzungen. Das ist auch mein Eindruck, wie da bislang von Seiten der Regierung in Bund und Länder reagiert wird. Das ist im Großen und Ganzen quasi angewandtes Verhältnismäßigkeitsprinzip. Ich bin damit auch sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, diese kommunikativen Tricks der Bayern finde ich so ein bisschen shady. Ich habe es eben schon gesagt, wo dann so getan wird, als sei die Regelung in Wirklichkeit viel strenger. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Reaktion sehr vernünftig. Klar, man kann jetzt immer sagen, der ein oder andere verantwortungstragende Mensch hat vielleicht zu spät reagiert und so. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das doch ziemlich gut, finde ich. und insbesondere am Prinzip der Verhältnismäßigkeit orientiert. Wenn ihr euch übrigens für die Details interessiert, wir haben da, wie gesagt, eine FAQ ins Netz gestellt, so eine Fragen- und Antwortenliste. Da werden auch die verfassungsrechtlichen Grundlagen noch ein bisschen genauer diskutiert. Wie gesagt, freiheitsrechte.org. Wir haben den Link in den Shownotes nochmal aufgeführt. Wir freuen uns natürlich sehr auch über eure Hinweise, wenn ihr vor Ort irgendwelche interessanten Maßnahmen entdeckt, von denen wir wissen sollten, wo ihr denkt, das ist rechtlich problematisch. Oder auch Best Practices, wo ihr so das Gefühl habt, hey, das hat eine Kommune mal vorbildlich geregelt. Wir freuen uns über eure E-Mails einfach unter info at freiheitsrechte.org. Genau, aber also, was auch immer da jetzt kommt, das entbindet euch nicht von der Verantwortung, hier verantwortlich zu handeln. Wir alle leben im demokratischen Land, im freien Land, in der freien Gesellschaft. Und wir wollen diese Maßnahmen nicht. Und das setzt aber voraus, dass wir alle unsere Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört auf jeden Fall, Corona-Partys und Beachvolleyball und so einen Quatsch zu lassen. Das ist völlig unverantwortlich und nicht zu vertreten und geht gar nicht. Und natürlich Charakter zeigen, nichts klauen, keine Hamsterkäufe, Alten helfen. Und ich glaube, in Hongkong und Taiwan, da funktioniert das halt auch deshalb ganz gut, weil die, glaube ich, halt gelernt haben aus 2003. Da hatten die halt SARS, ein Riesenproblem. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das in der Kultur da schon mehr drin ist. Masken tragen, wir wissen, da hatten ja jemals Gesellschaft gelernt, wie man sich in so einem Fall verhalten muss. Und für uns ist das total neu. Wir lernen das jetzt. Wahrscheinlich sind wir beim nächsten Mal besser aufgestellt. Und trotzdem muss aber jeder tun und jede tun, was da geht. Und da bei dem Punkt noch ein ganz wichtiger Hinweis, auch an Studierende unter euch, das Robert-Koch-Institut sucht gerade Studierende, die ein Urlaubssemester einlegen wollen, als sogenannte Containment-Scouts. Also das glaube ich, so habe ich zumindest diese Bewerbung oder diese Ausschreibung verstanden, sind halt Leute, die im Fall des Falles rumgehen und gucken und Leute zurückverfolgen und Kontakte zurückverfolgen von Infizierten. Und da könnt ihr eine Bewerbung einreichen bis zum 31.03. Das ist jetzt also nicht mehr so ewig, eine gute Woche noch. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ihr vielleicht euer Studium für dieses Semester eh abgeschrieben habt oder tatsächlich mal ein Urlaubssemester einlegen wollt, das könnte ein sehr interessanter und sehr verdienstvoller Job sein. Ja, das denke ich auch. Da kann man sich richtig verdient machen und natürlich vor allem was für unser Gemeindwesen tun. Und das, denke ich mal, kann eine sehr, sehr befriedigende Tätigkeit sein. Denn eine hinreichende Anzahl an solchen Containment-Scouts ist natürlich Voraussetzung, damit diese Containment-Strategie nach dem Shutdown funktioniert. Also auf Deutsch, damit man tatsächlich die vielfältigen Freiheitsbeschränkungen aufheben kann, die auf jeden Fall noch ein paar Wochen anhalten werden, wird es nötig sein, die dann immer noch auftauchenden Fälle wirklich nachverfolgen zu können. Und das geht nur mit genügend Menschen, die diese Aufgabe übernehmen und die dann zum Beispiel einfach zwei Dutzend Kontaktpersonen abtelefonieren. Das geht ja einfach nur so. Insofern unser Aufruf, euch da zu beteiligen, wenn ihr das... So haben das, so scheint es zumindest, haben Südkorea und solche Länder, die da diese Kurve runtergekriegt haben, tatsächlich gemacht, indem sie eisern testen, eisern Kontakte nachverfolgen und diese Leute zwei Wochen in Quarantäne stecken. Und wenn ihr dabei mithelfen wollt, so scheint mir diese Bewerbung, die wir natürlich in die Shownotes packen, findet ihr wahrscheinlich auch auf der rki.de-Seite, scheint mir das ein lohnendes Unterfangen zu sein. Ja, und damit kommen wir zu einem nächsten ganz großen Themenblock. Wir wollen uns in dieser Folge der Lage der Nationen nämlich mal ganz ausführlich den wirtschaftlichen Folgen von Corona widmen und zwar sowohl den wirtschaftlichen Folgen für unsere Volkswirtschaft als auch den wirtschaftlichen Folgen für viele Einzelne. Wir haben eben schon Künstlerinnen und Künstler angesprochen, aber es betrifft ja ganz viele Menschen in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Und um das mal ganz ausführlich zu machen, haben wir uns einen Top-Experten eingeladen. Ja, absolut. Achim Truger heißt der Mann, der ist Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Der wurde vor ziemlich genau einem Jahr auf Verschlag der Gewerkschaften durch die Bundesregierung auch als Mitglied in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Man kennt diesen Rat als die Wirtschaftsweisen. Das sind normalerweise fünf Leute, Professoren, Professorinnen, die eben durch die Bundesregierung berufen werden und diese Bundesregierung in diesen Wirtschaftsfragen beraten und einmal jährlich einen großen Bericht vorlegen. Momentan sind nur drei von diesen fünf Stellen besetzt. Die zwei Stellen der Frauen sind aus unterschiedlichen Gründen noch offen. Aber Achim Truger ist jetzt seit einem Jahr dabei und er ist der Transparenzhalber, muss man das sagen, SPD-Mitglied, aber kein Parteipolitiker und hat ja auch keine tragende, wie sagt man, Rolle. Und die erste Frage an ihn von uns, wir haben das übrigens gestern aufgezeichnet, also am Samstag dieses Interview, dem 21.03. Die erste Frage an ihn war, also die Situation ist natürlich so, dass natürlich maximale Beratung notwendig ist und wir haben ihn gefragt, wie denn so sein Alltag als Regierungsberater aussieht, wie man sich das vorzustellen hat. Ja, man muss sagen, viel Alltag ist im Augenblick nicht, sondern es ist sehr viel außergewöhnlich. Zum Alltag würde gehören, dass wir uns eigentlich einmal im Monat ein bis zwei, eigentlich eher zwei Tage treffen und dann vielleicht auch noch Sondertermine haben und dann würden wir uns, wenn wir unser regelmäßiges Jahresgutachten schreiben, das ist dann im Herbst, sodass das Anfang November erscheint, dann treffen wir uns tatsächlich den Oktober eigentlich jede Woche und dann auch drei bis vier Tage. Das wäre sozusagen der Normalfall. Im Augenblick treffen wir uns nicht, jedenfalls nicht physisch, sondern wir machen Videokonferenzen und wir sind im Moment natürlich ziemlich aktiv, weil wir auch gerne verstehen möchten, was gerade passiert. Wir machen sowieso im Frühjahr ein Konjunktur-Update, das heißt, wir überarbeiten unsere Konjunkturprognose vom Herbst und jetzt müssen wir die sowieso überarbeiten und Sie können sich vorstellen, dass es im Augenblick besonders schwierig ist, sich da ein Bild zu machen und auch zu überlegen, was man denn jetzt in der konkreten Lage tun kann. Ja, wenn es schon für Sie schwierig ist, sich ein Bild zu machen, der Sie nun Experte sind für wirtschaftliche Zusammenhänge, dann ist es sicherlich für die Bundesregierung auch nicht einfacher. Wie nehmen Sie das wahr? Wird da Ihre Expertise gerade besonders geschätzt? Kommen da viele Anfragen? Es gibt immer Austausch, ganz klar, und den gibt es auch jetzt. Also ich will jetzt nicht über Details berichten, aber klar gibt es den Austausch. Und man muss ja auch sagen, es gibt noch sehr viele andere Gremien, Forschungsinstitute, die schon auch Prognosen veröffentlicht haben. Und im Augenblick ist es wirklich so, dass mein Eindruck ist, dass natürlich diese Diagnosen sehr stark im Mittelpunkt stehen und dass die Politik extrem zuhört und selber extrem aktiv ist und auch versucht zu reagieren und das jetzt eigentlich auch schon getan hat. Die Lage ist ja schon einigermaßen dramatisch. Die Weltwirtschaft steuert auf eine Rezession zu. In Deutschland stehen sehr viele Betriebe, Selbstständige vor der Pleite, muss man sagen. Viele fürchten wirklich um ihre Existenz. Ganze Branchen sind da in Gefahr. Wie groß ist denn der Schaden in Deutschland bis jetzt? Also bis jetzt kann man, das ist Teil des Problems, von einem konkreten Schaden noch nicht so viel sehen, weil das, was jetzt akut durch die Corona-Krise dazukommen wird, wir einfach noch nicht sehen. Also es gibt ja mehrere Effekte. Der eine Effekt kommt vor allen Dingen über die Vorleistungsverflechtung, also die Wertschöpfungsketten. Da macht sich jetzt langsam der Produktionsstopp in China bemerkbar. Da ist eben klar, dass es bei uns Auswirkungen hat. Gleichzeitig haben jetzt aber große Automobilhersteller schon angekündigt, dass sie ihre Werke schließen werden, auch in Deutschland. Und auch unter Einschränkungen wenig sozialer Konsum ist klar, dass in ganz vielen Dienstleistungsbranchen, eben insbesondere Gastronomie und Kulturbetrieb, es ganz starke Einschnitte geben wird. Aber das sehen wir im Augenblick natürlich noch in keinen Daten, sondern wir können das vorher sagen, dass das passieren wird. Es wird auch schon was gemacht, aber es ist völlig klar, dass das erstmal für die erste Jahreshälfte, insbesondere jetzt im zweiten Quartal, einen starken Einbruch geben wird. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Gibt es da Vergleiche? Tatsächlich ja. Von der Tiefe her möglicherweise wirklich so ähnlich wie das in der Finanzkrise war, 2009, 2010. Würden Sie sagen, dass wir insgesamt auf eine Rezession zusteuern? Oder ist das jetzt nur mal so, sagen wir mal, ein kurzfristiger Dip in der Konjunktur? Nee, also ein kurzfristiger Dip, das kann man definitiv nicht sagen. Es ist auch gar nicht mehr die Frage, ob wir auf eine Rezession zusteuern, sondern es ist völlig klar, wir gehen in die Rezession. Und jetzt kommt es halt darauf an, zu schauen, dass sie nicht zu tief wird und dass sie, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen vorbei sind oder ausklingen, dass dann die Wirtschaft schnell wieder anspringt und das, was an Schaden da war, schnell wieder gut gemacht wird. Das wäre das Optimale, was man jetzt hoffen kann. Stichwort Rezession. Ich würde noch ganz kurz etwas quasi genauer beleuchten wollen, was die Ursachen sind. Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist China. Was bedeutet es denn eigentlich und wie wirkt sich das konkret aus, wenn China quasi als Konjunkturlokomotive, aber auch als Handelspartner ausfällt? Wir haben es zum Beispiel bei Apple gesehen. Klar, Apple ist jetzt kein deutsches Unternehmen, aber da gibt es einfach Probleme mit der Lieferbarkeit von iPhones und ähnlichen Devices, weil die Lieferketten abgebrochen sind. Und das ist aber natürlich nur ein Beispiel. Ganz viele Betriebe sind da betroffen und es gibt natürlich auch einen Nachfrageschock. China ist ein wichtiger Markt, zum Beispiel verkauft VW ja die Hälfte seiner Autos in China. Können Sie uns noch und unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, wie sich so etwas auswirkt auf die wirtschaftliche Situation? Es ist völlig klar, China ist auf der einen Seite mittlerweile so groß, dass es ein ganz wichtiger globaler Wirtschaftsfaktor ist und wenn dort die Produktion stillsteht, dort die Menschen nicht konsumieren, unsere Produkte nicht nachfragen, dann gibt es auf jeden Fall bei uns einen Exporteinbruch. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ja auch aus China viel importieren und das können wir ja jetzt eben nicht importieren, wenn es nicht hergestellt wird oder nicht geliefert werden kann aufgrund des Shutdowns in China. Und das sind die zwei wesentlichen Faktoren, die dazu führen, dass die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft negativ beeinflusst. Aber fahren die das dann nicht langsam wieder hoch? Die fahren das hoch, aber wie ich eben schon mal kurz angedeutet habe, ist es eben so, dass aufgrund der Lieferzeiten, das durchaus fünf, sechs Wochen dauert, bis sich so ein Produktionsstopp in China dann bei uns niederschlägt. Das heißt, wir erleben jetzt eigentlich unmittelbar die Auswirkungen des Produktionsstopp, der schon da war und wenn es wieder anspringt, brauchen wir natürlich auch eine Zeit, bis die Sachen dann bei uns wieder ankommen. Aber da ist ein Ende abzusehen. Es deutet sich auf jeden Fall an. Es gibt Indikatoren. China ist dennoch noch ziemlich weit entfernt von dem Niveau der Produktion, das es vorher hatte. Es gab ja dort vorher auch schon gewisse schwäche Anzeichen. Und man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass es nicht zu einem Wiederauflammen der Epidemie kommt in China oder auch in anderen Ländern, in denen sie im Augenblick ja im Griff zu sein scheint. Also wenn das nicht passiert, dann wird es auf jeden Fall da wieder ein Anspringen geben. Man muss eigentlich auch sagen, wenn bei uns die Epidemie fortdauert, dann hilft es uns auch nichts, wenn dort das wieder anspringt, weil wir dann ja mit unserer Produktion trotzdem nicht weiterkommen. Die Rezession, von der wir gerade gesprochen haben, betrifft ja eher so die globale Situation. Also quasi einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im Großen und Ganzen. Nun gibt es aber ganz viele Menschen, die von der derzeitigen Situation existenziell betroffen sind. Und ganz viele Handwerksbetriebe, kleinere Unternehmen, ganz viele Selbstständige, vor allem auch ganz viele Menschen im Kulturbereich, Künstlerinnen und Künstler, sehen sich letztlich mit Existenzängsten konfrontiert, weil sie über Monate hinweg quasi keine Einnahmen haben werden. Was ist denn das ganz Besondere an dieser Situation, dass es vielleicht noch dramatischer macht, als einfach nur einen Rückgang der Wirtschaftsleistung? Oder die Finanzkrise 2008. Ja, bei der Finanzkrise beispielsweise war es ja so, dass das größtenteils eine Industrierezession war und dass der Dienstleistungsbereich noch relativ gut durchgelaufen ist. Und das war ja auch vorher so. Wir hatten ja in Deutschland vorher schon eine Wachstumsabschwächung, von der die Industrie stark betroffen war. Und da lief gerade das Dienstleistungsgewerbe noch stark. Der private Verbrauch lief gut. Wie gesagt, Dienstleistungsbaugewerbe lief gut. Und durch die Maßnahmen, die man jetzt natürlich ergreifen muss, um Leben zu schützen, ist es aber einfach so, dass diese Sektoren, der Dienstleistungssektor jetzt auch stark betroffen ist. Und das bedeutet, dass wir dann die bisherige Stütze der Konjunktur noch wegbrechen sehen. Und was man aber jetzt auch dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, auch der Erfahrung der Finanzkrise damals geschuldet, die Politik und auch die Wissenschaft geht etwas anders damit um. Wir haben in der Vergangenheit häufig Rezessionen halt als irgendwie so Ereignis. Das passiert halt. Und manche haben dann fast so die Ansicht vertreten, das muss man halt so durchwirken lassen. Und da kann die Politik, kann der Staat eigentlich kaum was tun. Und wir haben in der Finanzkrise gesehen, dass der Staat sehr wohl was tun kann. Da wurden Konjunkturpakete aufgelegt und man hat massiv die Kurzarbeit entdeckt. Es gab noch ein paar andere Faktoren, aber das ist die beiden möchte ich hervorheben. Kurzarbeit ist, wenn Betriebe, bisher waren es 30 Prozent ihrer Belegschaft, weniger beschäftigen konnten, jetzt sind es 10 Prozent, die sie weniger beschäftigen konnten, dann übernimmt der Staat, übernimmt die Arbeitsagentur, die Arbeitslosenversicherung bis zu zwei Drittel der Summe, die ausfällt an Lohnausfall, weil die Leute weniger arbeiten. So werden sie nicht arbeitslos, sie werden sich nicht entlassen, sie können aber weniger arbeiten, müssen aber nicht genauso viel Lohneinbußen hinnehmen, sondern schon Lohneinbußen, aber nicht ganz so viel. Und das ist das Kurzarbeitergeld. Das wurde jetzt erleichtert. Aber da geht es um 60 Prozent vom letzten Netto, bei Familien sind es 67 Prozent, genau das ist es. Das hat natürlich eine enorm stabilisierende Wirkung und weil es die Einkommen stabilisiert auf der einen Seite, aber vor allen Dingen, weil die Leute ihre Jobs nicht verlieren. Das ist für die Unternehmen übrigens auch gut. Erstens werden sie entlastet und zweitens müssen sie hinterher, wenn sie die Leute entlassen hätten, müssen sie hinterher die nicht mühsam wiederfinden und einstellen. Also es hat sich unglaublich bewährt und ist ein tolles Instrument und das hat man damals gut gemacht in der Krise. Und jetzt ist es so, dass, glaube ich, mit dieser Erfahrung im Hinterkopf die Politik besonders schnell reagiert und tatsächlich ganz viel tut. Es ist ja in gewisser Weise eben auch eine gesundheitspolitisch herbeigeführte Rezession, die sein muss, damit hier das Gesundheitswesen nicht überlastet wird und damit nicht, wie wir es in Italien jetzt zum Teil schon oder ansatzweise beobachten, so viele Menschen sterben müssen an diesem neuen Virus. Das heißt, es ist eine politisch herbeigeführte Rezession und natürlich muss man jetzt versuchen, die wirtschaftlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Da hat die Politik sehr schnell reagiert, hat ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen aufgelegt. Die Unternehmen bekommen Kreditlinien, Bürgschaften, dadurch sollen sie sich über Wasser halten und die Beschäftigten werden eben insbesondere über das Kurzarbeitergeld abgefedert. Genau, da können wir gleich noch was zu sagen. Vielleicht noch zur Spezifik dieser Situation jetzt. Also Sie sagen, es ist eine Rezession, die mehr Wirtschaftsbereiche betrifft als 2008. Gleichzeitig hat die Politik aber auch offensichtlich aus 2008 gelernt, reagiert jetzt schneller. Aber was ist denn die Folge davon, dass es jetzt so breite Bevölkerungsschichten betrifft und nicht irgendwie nur Industriebetriebe oder Banken, sondern wirklich Handwerker, Handwerkerinnen, Künstler, Künstlerinnen, denen von heute auf morgen die Aufträge gestrichen werden und es ist überhaupt nicht vorher zu sehen, wann da irgendwie wieder Geld reinkommt. Und das sind ja häufig auch Menschen, die ohnehin von der Hand in den Mund gelebt haben, dem man jetzt nicht sagen kann, nimmt einen Kredit über 100.000 auf und dann kommt er über die Krise und dann zahlt er das wieder zurück. Genau, das ist der Punkt. Aber tatsächlich muss man sagen, dass die Politik da auch schon schnell wieder reagiert hat beziehungsweise nächste Woche dann auch reagieren wird. Ja, Sekunde, bevor wir jetzt hier zu den Reaktionen kommen, ich finde es wirklich wichtig, was Philipp Banzer gerade angesprochen hat, dass wir zunächst mal noch versuchen, die Situation zu beleuchten. Was ist denn jetzt eigentlich das spezifische Problem, gerade für kleine Betriebe, für Selbstständige? Warum ist denn das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, Stichwort Kurzarbeitergeld, eben nur eine Lösung für einige? Und warum sind diese Liquiditätsprobleme tatsächlich so gravierend? Die Liquiditätsprobleme sind deshalb gravierend, weil sie ja auch als Kleinbetrieb oder egal als welcher Betrieb die laufenden Kosten haben. Also sie müssen Miete zahlen, sie müssen jenseits von Kurzarbeitergeld natürlich Leute beschäftigen, Strom, alles Mögliche. Das heißt, sie haben die Kosten, aber ihnen brechen die Einnahmen weg. Und das ist natürlich eine Situation, wo sie sehr schnell Liquiditätsprobleme bekommen. Um was für einen Teil der Volkswirtschaft handelt es sich denn hier? Also das sind, man kann ja sagen, Handwerker, Bäcker gibt es eine Menge, aber vielleicht für die Volkswirtschaft insgesamt viele Menschen hängen dran, aber für die Volkswirtschaft insgesamt dann doch eher nachringig. Welche Bedeutung haben diese Leute? Wir haben uns jetzt die Sektoren angeschaut. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das sind mindestens schon drei, vier, fünf Prozent der Wertschöpfung und zum Teil im Gaststättengewerbe vor allen Dingen sehr beschäftigungsintensiv. Das heißt, sehr viele Menschen, die potenziell dann betroffen sind. Also das ist schon eine sehr wichtige Säule. Und was rechnen Sie? Gibt es da Überlegungen, wie viel von diesen Betrieben dicht machen werden? In welcher Zeit? Nein, das kann keiner absehen, aber wie gesagt, wir können das jetzt noch nicht einschätzen, aber tatsächlich wird ja sehr viel getan. Das sind einmal die Liquiditätshilfen. Okay, dann komm jetzt. Wobei, da ist eben genau das Problem, also wenn Sie jetzt einen kleinen Betrieb haben, also ich habe mit unserem Buchhändler gesprochen, der unten, schräg unten im Haus bei uns ist, mit verschiedenen anderen Restaurantbesitzerinnen, Besitzer, mit denen habe ich gesprochen, die sagen so, naja, es ist ja schön, wenn ich jetzt einen Kredit bekomme und auch wenn der zinslos ist, aber wie soll ich mich damit über Wasser halten, wenn ich jetzt überhaupt keine Einnahmen habe, dann habe ich noch einen höheren Kredit am Hals und muss den hinterher zurückzahlen, weiß aber gar nicht, wann das losgeht wieder und ich verdiene ja nicht plötzlich das Doppelte, um dann sozusagen die Sachen wieder gut zu machen. Es wird ja nicht nachgeholt. Das Geschäft, was jetzt weg ist, ist weg. Also es kann sicher ein bisschen Nachholeffekte geben, aber üblicherweise jetzt gerade in dem Bereich nicht genügend. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass es nicht nur Liquiditätshilfen gibt, in dem Sinne, dass man Kreditlinien hat, sondern dass es tatsächlich direkte Transfers gibt. Und da wird nächste Woche etwas Bemerkenswertes gemacht. Wir hatten ja die Schuldenbremse und die schwarze Null. Das heißt, da hat die Regierung großen Wert darauf gelegt, dass sie keine neuen Schulden macht und die Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, unbedingt einhält und sogar übererfüllt mit dieser schwarzen Null. Und all das ist jetzt in dieser Krisensituation erst mal ad acta gelegt. Es wird in der nächsten Woche, voraussichtlich Mittwoch im Bundestag, darüber abgestimmt werden, die Ausnahmemöglichkeit in der Schuldenbremse zu aktivieren und massive Kredite in Höhe von 100 bis 150 Milliarden Euro aufzunehmen. Und mit einem Teil dieses Geldes soll genau Kleinunternehmerinnen, Kleinunternehmern, Selbstständigen, Kulturbetrieben geholfen werden. Und da geht es dann tatsächlich nicht um Kredite, sondern um Einkommenshilfen. Also Zuschüsse zur Miete und sonstige Unterschreibskosten. Auch für Löhne und sowas. Genau. Das heißt, es wird sehr viel gemacht. Wirtschaftsminister Altmaier hatte ja geäußert, es soll niemand seinen Arbeitsplatz verlieren oder seine Existenz. Ich meine, das kann natürlich niemand versprechen. Aber tatsächlich wird massiv etwas gemacht. Und das sollte tatsächlich für einige Zeit reichen, die weit überwiegende Zahl der Betriebe und der Menschen ohne größere Schäden daraus hervorgeht. Also das eine, das haben Sie gesagt, das eine sind diese Liquiditätshilfen, was Kredite sind. Die sollen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgegeben werden, wobei das nicht die Kreditanstalt, was eine staatliche Bank ist, direkt macht. Sondern wo man zu der Hausbank gehen muss und sagen muss, hier die KfW gibt doch Geld, besorg mir mal so einen Kredit. Aber es ist halt ein Kredit, den muss man zurückzahlen. Dann gibt es diesen Solidaritätsfonds, also diese Direktzahlung. Das gibt es ja noch nicht. Also wo auch immer dann wird beantragen müssen, das muss man sehen. Es gibt die Kurzarbeit. Was mich da interessiert ist, wie soll denn das praktisch ablaufen? Also wir hören da ja auch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau beispielsweise, dass es da auch durchaus strukturelle Probleme gibt, dass die Kreditanstalt diese Kredite an die Hausbanken weiterreicht, dass da aber für die Hausbanken keine Provisionen abfallen. Deswegen die Banken relativ wenig Interesse daran haben, diese Kredite auch überhaupt auszugeben. Also wie sollen die Leute konkret erst mal an diese Kredite kommen? Also das ist kompliziert, keine Frage. Ich bin jetzt kein Verwaltungsexperte, der sagen kann, wenn mir die Abläufe da gut hinbekommt und was man da genau tun kann. Wichtig ist tatsächlich, dass jetzt nicht der Augenblick ist, genaue Prüfungen zu machen und die Kreditwürdigkeit noch mal hin und her zu wälzen, sondern jetzt geht es darum, so schnell wie möglich zu helfen. Und sollte sich hinterher herausstellen, dass man da über das Ziel hinausgeschossen wird und zu viel gemacht hat, kann man dann immer noch schauen, ob man das irgendwie wieder eingefangen bekommt. Aber jetzt ist der Augenblick schnell und im Zweifel auch zu viel zu machen, damit es eben nicht noch zu einem weiteren Absturz kommt und damit die Leute nicht ihre Existenz verlieren. Und diese Idee dann zu sagen, okay, wir haben einen Zuschuss gewährt und du musst dann, wenn das Ding vorbei ist, noch mal nachweisen, war das gerechtfertigt oder nicht und das dann in ein Darlehen umzuwandeln, wenn es vielleicht nicht gerechtfertigt war. Halten Sie das für übertrieben? Das kann man machen. Es darf aber nicht so sein, dass sich jemand nicht traut, das anzunehmen. Aus Angst könnte hinterher dann doch existenzbedrohend werden. Also der Staat soll sich, wenn er hilft, auch schützen, dass hinterher die Kosten nicht zu groß werden. Aber wie gesagt, im Zweifel sollte man erst mal zu viel tun im Augenblick als zu wenig. Was halten Sie denn von dem Stichwort befristetes, bedingungsloses Grundeinkommen? Also gerade aus der Kulturszene gibt es da jetzt sehr starke Forderungen, genau im Grunde in die Richtung, wie Sie es gerade formuliert haben, ohne große Bonitätsprüfung, einfach gerade Kulturschaffenden oder in anderen Forderungen ist auch generell von Selbstständigen die Rede. Diesen Menschen ihr bisheriges, über die Steuererklärung zum Beispiel nachgewiesenes Einkommen sechs Monate lang, ohne große Diskussionen zu zahlen, einfach damit diese Menschen über die Runden kommen. Halten Sie das wirtschaftlich für eine sinnvolle Maßnahme? Also man muss sehen, was jetzt nächste Woche an Maßnahmen auf den Tisch kommt. Und da müsste man sich nochmal im Einzelnen anschauen. Ich sage mal so, wenn das jetzt auf einem engen Kreis begrenzt ist und man damit versucht, die Leute abzusichern, dann weiß ich gar nicht, ob das ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, wenn es auch nur befristet gewährt wird. Also wenn es in irgendeiner Form ein gezielter Transfer ist, der die Menschen über Wasser hält und vernünftig über Wasser hält, dann würde ich das für richtig halten. Ob man da jetzt die Debatte zum bedingungslosen Grundeinkommen aufmachen muss, da hätte ich Zweifel. Und da glaube ich auch nicht, dass das unserem Sozialstaat, so wie er funktioniert, in unserer Gesellschaft angemessen wäre. Also in der jetzigen Krisensituation Transfers zahlen und im Zweifel vielleicht auch eher pauschal, wenn es auf eine enge Gruppe begrenzt ist, als mit zu viel Prüfung das Ganze zu kompliziert machen. Das ja, aber jetzt tatsächlich das zum Einstieg in bedingungsloses Grundeinkommen zu machen, das würde ich hier falsch halten. Und wissen wir dann, weil das ja auch eine psychologische Dimension hat, ja? Also ich stelle mir vor, da sind Millionen von Menschen, die jetzt gerade nicht wissen, was wird. Die stehen zum Teil vor dem Nichts, vor dem Ruin. Und jetzt kommt der Staat und entweder er macht was, wo sie sofort merken, das hilft mir. Und das ist vielleicht auch großzügig und das ist unkompliziert. Und die erleben das als etwas sehr Positives. Oder sie stellen fest, jetzt soll ich da zum Amt rennen und hier zum Amt rennen und jetzt geht es da um 100 Euro und ich habe noch den Brief nicht und den Nachweis noch nicht und den Nachweis noch nicht. Weiß man, was dieses psychologische Moment in so einer Krise entweder auswirken kann, entweder ins Positive oder ins Negative? Also es ist ja eigentlich eine Suggestivfrage, die Sie jetzt stellen. Ich bin kein Psychologe, aber natürlich ist es klar, dass je komplizierter das wird und desto mehr man sich da offenbaren muss, desto schwieriger wird es und desto komplizierter wird es dann, da einen positiven Effekt hinzubekommen. Das ist keine Frage. Ich möchte auch nochmal sagen, ich habe jetzt ja die Regierung sehr deutlich gelobt. Man muss dazu sagen, dass der Sachverständigenrat ja ein unabhängiges Beratungsgremium ist. Das heißt, wir sind auf fünf Jahre berufen, wir können nicht abberufen werden und wir sind nicht Teil der Regierung. Das heißt, wir beobachten das durchaus mit Abstand. Und der Sachverständigenrat hat in der Vergangenheit die Regierung auch häufig sehr stark kritisiert und auch einzelne Sachverständige haben das in der Vergangenheit immer wieder getan. Dass das jetzt nicht der Fall ist, heißt eben nicht, dass wir jetzt der Regierung nach dem Mund reden, sondern dass in dem Fall wirklich die Regierung sehr schnell reagiert und auch bei den richtigen Punkten dabei ist. Also innerhalb von zwei Wochen solche Programme aus dem Boden zu stampfen, das ist schon viel. Und das wird auf jeden Fall sehr stark helfen. Ob das am Ende ausreicht und ob das auch ausreicht, jetzt einen noch tieferen Absturz zu verhindern, das wissen wir nicht. Aber die Voraussetzungen sind da. Und das ist in der Vergangenheit häufig nicht so gewesen. Da hat das ewig gedauert. Das war im Übrigen auch ein Prozess bei der letzten, bei der Finanzkrise, wo ja letztlich der Staat auch mit Konjunkturpaketen reagiert hat und auch die Kurzarbeit dann aktiviert hat. Das hat viel länger gedauert. Da war erst die Politik der ruhigen Hand über Monate. Dann gab es ein kleines Konjunkturpaketchen. Das war so mehr homöopathisch. Und als es dann wirklich klar war, es gibt eine wirklich tiefe Rezession, da kam dann langsam was. Und dann kam auch kräftig was. Aber das ist jetzt ein Prozess binnen Wochenfrist. Das muss man einfach mal sagen, das ist ungeheuer, was auf die Beine gestellt wird. Und das ist der Situation aber auch angemessen. Das muss man jetzt auch tun. Ich möchte trotzdem noch auf einen denkbaren Kritikpunkt eingehen. Und das ist die Belastung der öffentlichen Haushalte und insbesondere auch die Schuldenquote. Also zum einen haben wir ja gerade angesprochen, dass wirklich milliardenschwere Ausgaben anstehen. Auf der anderen Seite sind natürlich mit dem Rückgang der Wirtschaftsleistung auch massive Steuerausfälle verbunden. Das heißt also, die Ausgaben steigen, die Einnahmen sinken. Das wird eben nur mit massiver Neuverschuldung gehen. Deswegen könnte man ja auch kritisch die Frage stellen, ob das nicht eine Katastrophe ist, wenn jetzt so viele neue Schulden angehäuft werden. Oder sind auf der anderen Seite Schulden nicht genau dazu da, solche Krisen zu überstehen? Wie würden Sie das einordnen? Das, was Sie zuletzt gesagt haben, dem würde ich zustimmen. Natürlich braucht man die Schulden dafür. Es ist völlig klar, dass der Staat in einer solchen tiefen Krise gegensteuern muss. Und wenn er das nicht tut, kann er im Ende auch gar nicht verhindern, dass die Schulden steigen. Denn wenn die Wirtschaft dann noch weiter abstürzt, weil er nichts tut, brechen die Steuern ja noch weiter ein. Dann gibt es Arbeitslosigkeit. Dann steigen die Ausgaben für Arbeitslosengeld, für sonstige Sozialtransfers. Das heißt, das ist jetzt genau der Augenblick. Und die Erfahrung zeigt ja, ist es in der letzten Krise ja auch gelungen, wo massiv neue Schulden aufgenommen worden sind, ist es gelungen, die zurückzuführen. Und das ist in ganz vielen Ländern auch gelungen, insbesondere USA. Wir haben eine vergleichsweise geringe Schuldenstandsquote, selbst wenn sie etwas höher wäre. Das ist ziemlich unbedenklich, das zu machen. Und da jetzt deswegen zu zögern, zu wenig zu machen oder sogar dann später zu früh aufzuhören wieder damit, das ist die eigentliche Gefahr. Da muss man jetzt tatsächlich durch. Und je entschlossener man das macht, desto besser wird am Ende auch die mittelfristige Aussicht für die öffentlichen Finanzen werden. Das ist jetzt Ihre Meinung? Sie sitzen also im Sachverständigenrat, gibt es normalerweise noch vier andere, jetzt noch zwei andere. Ist denn diese Meinung Konsens unter Ihren Kollegen? Wir haben es noch nicht ausdiskutiert. Es ist tatsächlich so, dass meine Position immer auch, was die Schuldenbremse angeht, kritisch war. Schon seit, wir fast sagen 20 Jahren, seit die Sachen diskutiert wurden zum ersten Mal. Aber seit es die Schuldenbremse gibt, definitiv. Und ich bin im Zweifel ohnehin dafür, dass man zum Beispiel öffentliche Investitionen über Kredite finanziert, weil auch das aus meiner Sicht unbedenklich ist. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Jetzt geht es wirklich darum, in einer akuten Krise gegenzusteuern. Und da habe ich von niemandem gehört bislang, der gesagt hätte, oh, da müssen wir jetzt aber aufpassen, da haben wir ein Problem. Nein, alles sagen, es muss jetzt entschlossen gehandelt werden. Und alle sagen, die Schuldenbremse hat eine Ausnahmeregelung. Und natürlich müssen wir diese Ausnahmeregelung jetzt aktivieren. Sie haben eben gesagt, im Prinzip handelt die Regierung richtig. Ein bisschen unter Vorbehalt, weil man noch nicht genau weiß, was da kommt. Aber das sieht erst mal so ganz gut aus. Sie haben auch gesagt, ja, für die praktische Umsetzung sind sie jetzt so, fühlen sie sich jetzt gerade nicht so berufen, sich dazu zu äußern. Dennoch mal die Frage, also ich hatte vorher auch mit einem Kollegen gesprochen, der gefragt, was würdest du denn den Drüber mal fragen? Und der meinte dann, ja, also klar, praktische Umsetzung, aber auch braucht man in so einer Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, vielleicht auch irgendwie noch andere kreative Ideen. Also muss man vielleicht Leute, die jetzt arbeitslos werden oder denen die Aufträge wegbrechen, Projektentwickler, irgendwie informell, schnell, unkompliziert anheuern, um Dinge zu machen, die der Staat gerade machen muss. Ja, vielleicht jetzt weiß ich nicht, Pflege, aber das Geld zu verteilen oder die Anträge zu prüfen oder, oder, oder. Also muss man da auch mal, wie das mal so heißt, out of the box denken, um hier voranzukommen. Also das kann gut sein, dass das eine Möglichkeit ist, aber wenn das relativ kurz sich über einige Monate zieht und aber sehr eng begrenzt ist zeitlich, muss man sich auch überlegen, ob das eigentlich praktikabel ist, dass man in so kurzer Zeit dann Leute plötzlich aktiviert und dann hinterher wieder raus lässt. Also solange es gelingt, das Ganze abzufedern und die Menschen, die jetzt Schwierigkeiten haben, die zu unterstützen, glaube ich, bräuchte man das nicht unbedingt. Aber was man natürlich machen kann, ist, man kann solche Auszeiten nutzen, auch dafür. Wir sind jetzt ja auch viel stärker auf Digitalisierung angewiesen. Also ganz viel läuft jetzt eben digital und nicht mehr im physischen Austausch. Das kann man jetzt eben gucken, dass man das stärkt, da auch hinterher was davon hat. Und natürlich kann man bei Menschen, die jetzt Kurzarbeit machen, das möglicherweise für vielleicht auch eine digitale Fortbildung oder sonst irgendwas nutzen. Das wären solche Ideen, die im Moment ja auch kursieren und das wäre sinnvoll. Aber das ist jetzt ja nicht meine Aufgabe, mir im Detail solche Sachen auszudenken. Aber wenn da kreative Ideen sind und die sind praktikabel, dann soll man das natürlich nutzen, klar. Ja, Stichwort kreative Ideen. Ich würde noch mal eine Sekunde darüber nachdenken wollen, ob man diese Krise nicht auch generell als eine Chance verstehen könnte, zum Beispiel durch mehr staatliche Investitionen die Wirtschaft anzukurbeln. Wir haben eben gerade schon gesagt, vieles bröckelt gerade weg, gerade wegen der Probleme im Bereich der internationalen Handelsverbindungen. Wie stehen Sie denn zu verstärkten Investitionen in die nationale Infrastruktur? Ja, also das Stichwort Digitalisierung ist gerade schon gefallen. Das wird in Deutschland immer wieder ausgebremst durch schlechte Internetinfrastruktur. Aber wir haben auch viele Brücken, die zerbröseln. Die Bahn hat nicht genug Infrastruktur. Schulen zerbröseln. Sehen Sie das als eine Möglichkeit, hier von staatlicher Seite mehr zu tun? Also die Punkte, die Sie angesprochen haben, das sehe ich ganz genauso, dass das Mängel sind und dass da was gemacht werden muss. Ich bin schon seit langem dafür, dass man die öffentlichen Investitionen hochfährt. Und natürlich haben wir mit Klimaschutz, Strukturwandel, Digitalisierung, im Weiteren sind wir noch weiter im Bildungsbereich, haben wir sehr viel öffentliche Investitionsbedarfe. Das ist keine Frage. Für die akute Krisenbewältigung ist das nichts, was man jetzt noch schnell hinbekommt. Das ist eher eine mittel- bis langfristige Sache, die man ohnehin machen muss. Aber wenn man da jetzt schon Sachen hat, die man vorziehen kann, dann soll man das natürlich tun. Das ist immer gut. Aber das ist eine mittel- bis langfristige Sache, die man ohnehin tun muss. Also da werde ich jetzt nicht sagen, dass das deswegen eine Chance ist. Ich würde aber vielleicht noch mal sagen, jetzt haben wir ja sehr gelobt, sehr viele positive Dinge hervorgehoben. Und das muss man auch einfach tun für diese akute Krisensituation. Es gibt ja dann noch die Phase, wenn hoffentlich bald die Einschränkungen aufgehoben werden oder wenigstens gelockert werden können. Und da muss man sehen, ob sich die Konjunktur dann erholt. Und immerhin war es ja so, dass die Konjunktur vorher schon in der Abschwächung war und das auch durchaus weltweit. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass danach, wenn das Ganze gelockert wird, wir nicht aufgrund von Einkommensverlusten, die existierten, von schlechten Erwartungen, dann der Aufschwung gebremst wird und nicht richtig zustande kommt. Das heißt, da wäre jetzt etwas, wo die Politik gefordert ist, auf jeden Fall nachzudenken und vielleicht auch schon anzukündigen, Konjunkturmaßnahmen, die hinterher in der Erholungsphase das Ganze stützen. Die sofort angezettelt werden können. Genau. Und dazu gehört natürlich sowieso, dass das, was schon angelegt ist mit einer Stärkung der öffentlichen Investitionen, dass das entschlossen fortgeführt wird und auch wirklich massiv und in der langfristigen Perspektive. Aber dazu kann zum Beispiel auch gehören, dass man nochmal gezielt befristet die Steuern senkt, dass die Unternehmen beschleunigte Abschreibungsmöglichkeiten bekommen, dass Investitionen sich kurzfristig rentieren, dass da von den Investitionen her ein Schub kommt. Man kann auch nochmal gucken, ob man Familien stärkt, indem man ein einmaliges Kindergeld zahlt, also einen Familienbonus, Kinderbonus, wie das in der letzten Krise schon war. Das wären Maßnahmen, die aus meiner Sicht auch nochmal einen Schub geben würden, damit nach dem unmittelbaren Abklingen jetzt der Einschränkungen aus gesundheitlichen Gründen die Konjunktur wirklich wieder in Schwung kommt. Das würde im Übrigen ja auch helfen für die Restaurantbetriebe, die ganzen Kultureinrichtungen. Wenn da klar wäre, die Menschen werden dann auch Einkommen haben und konsumieren können, dann könnte das sicherlich auch da sehr stark helfen. Gibt es denn Überlegungen, wie lange unser Staat sowas durchhalten kann? Nein, das bringt auch nichts, solche Überlegungen jetzt anzustellen. Was man nur sagen kann, ist das, was wir im Augenblick sehen, was sich abzeichnet, kann der Staat das auf jeden Fall durchstehen. Da soll man jetzt auch gar nicht zweifeln. Hatte ich mir gestern das nochmal verfolgt, hatte mit einem Handelsblatt-Journalisten mich kurz da ausgetauscht. Da war erst die Berichterstattung, nächste Woche sollen 100 Milliarden im Bundestag beschlossen werden als Anmaßnahmen. Dann nach ein paar Stunden stand da plötzlich 150 Milliarden. Und dann habe ich mal nachgefragt, was ist da jetzt passiert? Und dann sagte der Journalist, naja, heute Morgen waren es noch 70. Also das heißt, man hat in sehr kurzer Zeit einfach Abschätzungen gemacht. Und das ist auch genau richtig, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um über 10, 20, 30 Milliarden zu diskutieren. Also wenn Sie mir überlegen, es hört sich jetzt viel an, aber 35 Milliarden ist ein Prozent unserer normalen jährlichen Wirtschaftsleistung. Das können wir ohne weiteres. Und da können wir auch viele solche Prozente, wenn es sein muss, reinstecken, solange wir damit verhindern, dass hier alles zusammenbricht. Das ist sehr gut angelegtes Geld, das soll man machen. Es kommt ja noch hinzu, dass der Staat sich im Augenblick unglaublich günstig verschulden kann, beziehungsweise sogar wegen der negativen Zinsen noch Geld bekommt, wenn er Schulden aufnimmt. Und diese günstige Situation, die ja auch durch die Unterstützung der Europäischen Zentralbank kommt, mitgestützt wird, die muss man nutzen. Das heißt, man hat den Rücken frei und kann tatsächlich erst mal unbesorgt die richtigen Maßnahmen treffen. Ja, Stichwort Europäische Zentralbank. Können Sie diese Summen, von denen wir jetzt hier reden, ob nun 70 oder auch 150 Milliarden Euro, mal ins Verhältnis setzen zu den Summen, die damals für die sogenannte Bankenrettung ausgegeben wurden, von systemrelevanten Banken, wie es immer so schön hieß. Wissen Sie das, welche Summen da in Rede standen? Ach so, mir lebt, da habe ich die Zahl nicht im Kopf. Okay. War das 450 Milliarden? Aber jedenfalls, worum es uns eigentlich nur ging, war, dass damals von der Größenordnung her jedenfalls wesentlich mehr Geld ausgegeben worden ist, um bestimmte Banken zu retten und damit quasi einen Ausschnitt aus dem Wirtschaftsleben zu retten. Während es ja hier darum geht, quasi die Wirtschaft in ihrer ganzen Breite am Zusammenbruch zu hindern und insbesondere, wie soll ich sagen, auch einfach dauerhafte Verluste an wirtschaftlicher Infrastruktur zu verhindern. Also ein Unternehmen, das einmal in die Insolvenz geraten ist, das wird ja in aller Regel nicht wieder auf die Beine kommen, auch wenn das Insolvenzrecht inzwischen ja jedenfalls theoretisch auf die Rettung angelegt ist und insbesondere der Kleinunternehmer, der einmal in die Insolvenz geschlittert ist und alle seine Mitarbeiter entlassen musste, der wird das im Zweifel eben nicht wieder aufbauen. Also es geht ja vor allem um die Rettung von Infrastruktur und da sind diese Summen im Vergleich zur Bankenrettung doch immer noch recht überschaubar, erscheint mir. Also diese konkreten Summen auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch geplant, einen Fonds aufzulegen, mit dem tatsächlich dann auch realwirtschaftliche Unternehmen, also keine Finanzunternehmen, keine Banken, sondern realwirtschaftliche Unternehmen gerettet werden können. Lufthansa zum Beispiel. Zum Beispiel, wo tatsächlich dann der Staat zum Beispiel Geld gibt und jetzt nicht als Kredit, sondern Eigenkapital gibt, also sich praktisch dann beteiligt an dem Unternehmen. Anteile bekommt. Anteile bekommt. Das soll man auch machen, das ist dann keine Gegenleistung. Dann hat natürlich, das muss man im Zweifel machen, wenn das Unternehmen sich dann erholt, kann der Staat sich auch wieder zurückziehen. Also das sind ja genau die Dinge, die jetzt angedacht werden und das halte ich für sehr vernünftig. Und wie gesagt, der Vergleich zur Bankenrettung, damals hat es ja doch massiv Kritik gegeben, vor allen Dingen natürlich auch in Europa, wo Banken gerettet worden sind, aber die Bevölkerung aufgrund von Kürzungsprogrammen und Sparpolitik extrem gelitten hat. Das ist bei uns jetzt ja nicht so der Fall gewesen. Aber von daher ist es völlig klar, wenn für die Bankenrettung Geld da ist, ist natürlich auch für die Realwirtschaft und für die Menschen Geld da. Und in diese Richtung geht es im Augenblick. Sie hatten eben schon so am Rande das Stichwort Binnennachfrage, wie soll ich sagen, in den Raum gestellt, wenn auch nicht angesprochen. Wie wichtig finden Sie das? Also wir haben schon ausführlich jetzt gesprochen über Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und deren Mitarbeitende. Wie wichtig finden Sie denn eigentlich, dass quasi auch die Bevölkerung tatsächlich in ihrer Liquidität gestärkt wird? Natürlich zum einen, um die Pleite von Menschen zu verhindern, aber möglicherweise hat das ja auch Auswirkungen wiederum auf die wirtschaftliche Entwicklung. Ja, also die Binnennachfrage, das sind die Investitionen, die privaten Investitionen, auch die öffentlichen Investitionen. Das ist der Staatskonsum, also die Ausgaben für, die der Staat tätigt, für öffentliche Beschäftigung und auch das Bildungswesen. Und das ist auf der anderen Seite vor allen Dingen der private Konsum. Also Fernseher kaufen, Auto kaufen, alles das. So und insofern ist, wenn man die Unternehmen jetzt rettet, dann rettet man natürlich auch die Binnenkonjunktur. Aber tatsächlich kann man einiges tun, habe ich ja schon angesprochen, um auch den privaten Konsum. Also zum Beispiel Restaurantbesuche, wenn denn die Gesundheitseinschränkungen dann wieder aufgehoben sind. Auch den Kulturbetrieb, um das zu stützen. Wenn man den Menschen signalisiert, die jetzt auch Einkommensverluste hinnehmen müssen, ihr bekommt noch was. Und da gibt es, nachdem das ausgestanden ist, noch ein bisschen mehr Geld. Dann wird das sicherlich den privaten Konsum auch befördern. Dann ist das gut für die Binnenwesen. Da gibt es ja diese Idee vom Helikopter-Money. Also diese Idee, dass man jetzt nicht irgendwelche Steuern erleichtert und reduziert und irgendwie stundet oder so, weil dann eh nur die sparen, die auch Steuern zahlen. Sondern Helikopter-Money heißt so die Idee, ein Helikopter fliegt über das Land und wirft Geld ab. Also jeder, jede bekommt eine Summe X aufs Konto überwiesen, fertig. Da ist die Befürchtung, die Leute sparen das nur, die geben das nicht aus. Was halten Sie davon? Wenn man der Bevölkerung, egal ob das jetzt Helikopter-Money ist, das ist ja eigentlich Helikopter-Money, ist eigentlich von der Zentralbank geschöpftes Geld. Das heißt, es geht eben nicht über den Staatshaushalt, sondern die Zentralbank druckt praktisch Geld und schmeißt das Geld mit dem Helikopter ab. Daher kommt der Begriff. Aber bei allen Maßnahmen, wo die Haushalte direkt Transfers bekommen, ist natürlich das Problem, dass ein Teil davon gespart werden kann. Deshalb ist es wichtig, dass man, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Steuersenkung machen würde und das schwebt ja jetzt so ein bisschen im Raum und man würde dann zum Beispiel jetzt die übrigbleibende Hälfte vom Solidaritätszuschlag zurückgeben. Die betrifft eigentlich nur die obersten 10 Prozent und ganz besonders die obersten 1 Prozent. Da würde man vermuten, dass sie ohnehin genug haben und das wahrscheinlich nicht für privaten Konsum ausgeben. Aber wenn man einen Kinderbonus zahlt, also einen Zuschlag zum Kindergeld, das trifft in der Breite und trifft auch sehr stark im unteren Einkommensbereich, wo stark konsumiert wird. Die Leute können sich zum Teil ja gar nicht leisten zu sparen und wenn sie Geld haben, geben sie es aus. Also das sind die richtigen Maßnahmen und da muss man eben dann gucken, dass man das konzentriert in diesen Bereichen. Das mit dem Helikopter-Money, das kommt ja vor allen Dingen daher, dass man in Zeiten von drohenden Staatsschuldenkrisen Angst hat, dass die Staaten das nicht leisten können und dass die Schulden dann unsicher werden und dass es dann Turbulenzen gibt und am Ende eben die Staatsschulden nicht mehr bedient werden können. Und da ist eben die Idee, die Zentralbank, die sitzt ja nun drauf, die druckt das Geld, die kann immer selber Geld schöpfen, die kann nie pleite gehen. Und da ist die Idee, dass die Zentralbank dann direkt einschreitet und das den Staaten abnimmt. Nun haben wir in Europa eine Trennung zwischen der Finanzpolitik, also den Staaten, und der Geldpolitik, wo das direkt nicht erlaubt ist. Also die Zentralbank könnte jetzt ja einfach Geld drucken und könnte einfach den Staaten auf ihrem Konto Geld gutschreiben. Dann hätten die plötzlich Geld, aber so eine direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank ist nicht erlaubt, weil die historischen Erfahrungen zeigen, dass das häufig missbraucht worden ist und dann zu Inflation geführt hat, weil die Staaten dann ja… Aber nun kauft die Zentralbank ja Anleihen. Genau, also was die Zentralbank macht ist, ja, aber sie kauft auf dem Markt für Staatspapiere die schon vorher platzierten Staatspapiere. Das heißt, die sind am Markt ausgegeben worden. Das ist der Primärmarkt, also das, wo es zuerst rauf geht. Und danach geht die Zentralbank hin und kauft das. Und das ist aber tatsächlich auch so gewesen, sowohl jetzt in der Eurokrise als auch in der jetzigen Situation ganz wichtig, dass die Zentralbank signalisiert, und das hat sie getan, dass sie im Zweifel diese Papiere kaufen wird auf dem Sekundärmarkt, um zu verhindern, dass die Leute in Panik vor einem Staatsbankrott die Papiere versuchen zu verkaufen und dann den Staatsbankrott erst herbeiführen. Weil wenn die Papiere keiner mehr haben will, dann müssten die Zinsen immer stärker steigen und das kann irgendwann kein Staat sich mehr leisten. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass da die Finanzpolitik die Unterstützung durch die Zentralbank hat. Ich würde gerne noch auf einen letzten Punkt eingehen, so auf nationaler Ebene, bevor wir dann gleich den Blick nochmal Richtung Europa wenden. Stichwort Ausgangssperre. Das ist ja so ein Gruselbegriff, der in diesen Tagen in aller Munde ist. Es gibt unter dieser Überschrift ganz viele verschiedene Maßnahmen. Das kann eine Ausgangssperre sein, die quasi nur privates Amüsement verhindert. Es kann aber natürlich auch schlimmstenfalls einen totalen Shutdown geben, wo Menschen auch nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen, außer eben aus dem Homeoffice oder nicht mehr arbeiten dürfen, außer aus dem Homeoffice. Wie würden Sie das einschätzen, wenn jetzt tatsächlich niemand mehr das Haus verlassen dürfte, mit Ausnahme vielleicht von systemrelevanten Betrieben? Was würde das für die Wirtschaft bedeuten? Wäre das nochmal ein härterer Schlag und welche Konsequenzen hätte das? Natürlich wäre das nochmal ein härterer Schlag und natürlich würde das all die Probleme, die sich jetzt abzeichnen, nochmal verschärfen. Keine Frage. Ich weiß aber im Augenblick auch nicht, ob diese extreme Form von Ausgangssperre, die Sie jetzt beschrieben haben, ob die im Augenblick diskutiert wird. Da geht es ja eher darum, dass man sozusagen das lockere Zusammentreffen auch die Corona-Partys und sowas unterbindet. Also eher Ausgangsbeschränkungen. Ausgangsbeschränkungen. Das, was jetzt in Bayern da gemacht wird. Das ist ja auch noch ein Punkt, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Da wird ja auch schon Geld investiert, aber wahrscheinlich müsste man noch stärker schauen, dass wir gesundheitlich die Krise noch besser in den Griff bekommen. Da gibt es ja Überlegungen, dass man die vielen Tests, die schon gemacht werden auf das Virus, dass man das nochmal erhöht, die Anzahl systematisch breitflächig testet. Da kommt das Beispiel Südkorea. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Das muss man prüfen. Aber wo im Grunde genommen immer auch am Arbeitsplatz getestet wird und wo, sobald man was entdeckt, die Leute isoliert werden, um dann praktisch den Betrieb einigermaßen aufrecht zu erhalten und trotzdem die gesundheitlichen Schwierigkeiten nicht eskalieren zu lassen. Ich glaube, das wäre eine Sache, die man sich auch mal überlegen muss. Kann man was tun in der Diagnose mit den Tests? Kann man noch gesundheitspolitische Maßnahmen verbessern? Muss man die Kapazität im Gesundheitswesen nochmal erweitern? Das passiert ja. Das Argument ist ja halt, also natürlich werden jetzt ja Krankenhausbetten aufgestockt und es wird Material bestellt und die bestellen auch irgendwelche Testroboter, damit man mehr testen kann. Das Argument ist halt nur, das kann allenfalls linear wachsen, diese Infrastruktur. Also von Verdoppelung jede Woche kann nicht annähernd die Rede sein, während die Fälle sich natürlich exponentiell steigern, wenn man nicht anderweitig gegenstammt. Nein, um Gottes Willen. Also das ganz klar, die Menschenleben, die Gesundheit hat absolute Priorität, gar nichts. Der Punkt ist nur, was man sonst tun kann an Maßnahmen, um es zu lindern. Und das soll man tun. Und da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Das wollte ich damit nur gesagt haben. Blicken wir mal auf Europa. Also Deutschland ist ja jetzt nicht das einzige Land, was da Probleme hat. Allen voran natürlich Italien, aber auch Frankreich, Spanien, andere Länder haben massive Probleme. Elsass allein, glaube ich, sind 70 Leute gestorben. Und Baden-Württemberg sagt, na gut, dann machen wir mal die Grenzen dicht, anstatt zu sagen, gut, dann versuchen wir zu helfen. Wie ist denn so Ihr Blick da drauf? Die Italiener sagen, sie fühlen sich alleingelassen mit dem Desaster. Ist da Europa nicht solidarisch genug? Das kann ich letztlich nicht beurteilen. Aber ich kann ja sagen, was mir dazu ökonomisch einfällt. Und ökonomisch fällt mir dazu ein, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass es eine ökonomische Solidarität zwischen den Ländern jetzt gibt. Und dass auf europäischer Ebene alles getan wird, damit die einzelnen betroffenen Staaten jetzt die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, also die gesundheitspolitischen. Und damit auch Italien, auch Spanien, Portugal, Frankreich, alle Länder, diese Schocks, die jetzt für die Wirtschaft drohen, auch so zu bekämpfen, wie Deutschland das jetzt versucht. Und das heißt, überall in Europa muss ein Anstieg der Staatsverschuldung, so wie wir ihn jetzt in Deutschland uns überlegen, möglich sein. Und da muss eben alles getan werden dafür, dass das nicht in eine erneute Euro-Krise mündet und es einen Vertrauensverlust in die Staatsschuldpapiere gibt. Aber was heißt denn das konkret? Das heißt konkret, dass es zum Beispiel Wahnsinn wäre, wenn man jetzt Italien sagt, ja, ihr müsst mal schauen, ihr habt jetzt da ein Problem. Hoffentlich wird das am Kapitalmarkt funktionieren mit den Staatsschuldpapieren. Und hoffentlich könnt ihr euch diese zusätzliche Staatsverschuldung leisten. Aber wenn man das tut, dann sät man schon gleich Zweifel. Es ist klar, es gibt Zweifel an der Solidarität. Und im Zweifel würde man Italien nicht helfen. Und das heißt sofort, Spekulationen würde losgehen an den Finanzmärkten und die Zinsen würden ansteigen für die Staatsschuldpapiere. Das würde Italien wahnsinnig unter Druck setzen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass auf europäischer Ebene erstmal die Zentralbank handelt. Das hat sie jetzt getan. Sie hat gesagt, sie toleriert das nicht. Und sie wird in hohem Umfang Staatsschuldpapiere wieder kaufen, wenn es nötig ist. Das hat auch sofort die Märkte beruhigt. Und jetzt sind aber die europäischen Staaten gefragt, auch eine gemeinsame Lösung für Kreditlinien, für Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Und da geht es auch wirklich, da muss man jetzt das, was auch in der Euro-Krise gemacht worden ist, dieses mit dem Finger auf andere zeigen und immer die Nase im Staatshaushalt des jeweils anderen haben. Das darf man jetzt auf keinen Fall machen. Das ist ein externer Schock. Da kann niemand was dazu. Naturkatastrophe. Naturkatastrophe. Es müssen jetzt alle Maßnahmen ergriffen werden. Und da darf es keinen Zweifel geben. Also keinen Zweifel geben, das heißt also, sie erwarten jetzt im Grunde so im Mario Draghi-Style ein neues Whatever it takes. Ja, das Whatever it takes ist ja für Deutschland schon ausgesprochen worden, und zwar wörtlich. Und das Gleiche muss letztlich dann für alle Staaten gelten. Und die EZB ist da jetzt schon in Vorleistung getreten und hat gesagt, wir sind bereit, wir intervenieren wieder im Markt. Aber jetzt wäre es doch angebracht, wenn die europäischen Länder eine Lösung finden würden. Ich will gar nicht jetzt ein Instrument nehmen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt einen Stabilisierungsfonds, der Kredite bereitstellen kann. Da muss ganz klar das Signal sein, das wird gemacht. Und da wird nicht drauf geschaut. Der in der Finanzkrise entstanden ist. In der Finanzkrise entstanden ist, genau. Es gibt die Idee, dass man Euro-Bonds, also gemeinsame Staatsschuldpapiere der europäischen, der Euro-Länder machen soll. Das wird diskutiert. Das ist gerade heute Morgen prominent in der FAZ von Kollegen ein Aufruf dazu veröffentlicht worden. Das sind alles Möglichkeiten. Und es ist nur wichtig, dass ganz klar das Signal gesendet wird, die Krisenstaaten sind nicht allein. Und das können die meistern und die kriegen Unterstützung. Und sehen Sie denn diesen Willen? Ich habe den Eindruck, dass die Politik das verstanden hat. Mein Eindruck war, dass es in der Euro-Krise nicht so war, von 2010 bis 2015, 16, 17. Dass es scheibchenweise langsam gegangen ist und das hat unheimlich viel Schaden angerichtet. Und hat ja auch gerade in Italien viel Schaden angerichtet. Und deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass man das diesmal nicht macht. Und ich habe bislang aber auch nichts Vergleichbares wie damals gehört. Und ich erhoffe mir tatsächlich, dass ich das auch nicht hören werde und dass tatsächlich eine gemeinsame Lösung da gefunden wird. Also vielleicht nochmal etwas zugespitzt gefragt. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass der Ruf nach einer Austeritätspolitik tatsächlich vom Tisch ist in dieser neuen Krise? Und ist das auch tatsächlich, sagen wir mal, unter Ökonomen so allgemeine Meinung oder gibt es da durchaus auch noch eine, ich sage mal, neoliberale Fraktion, die das ganz anders sieht, erzieht sie? Das sind jetzt viele Begriffe und viele Zuspitzungen drin. Also ich kann jetzt nicht für alle Ökonomen und Ökonomen sprechen, aber wenn Sie sich anschauen, wer sich in den letzten Tagen und Wochen geäußert hat und wer im Prinzip jetzt ganz ähnliche Dinge gesagt hat, wie ich sie Ihnen heute erzählt habe, das ist schon eine breite Palette von Menschen und auch Menschen, die in dem Sinne unverdächtig sind, weil sie sonst auch häufig auf Fiskaldisziplin geachtet haben. Also da ist jetzt wirklich nicht der Zeitpunkt, um das wieder aufleben zu lassen. Aber die Mittel und die Instrumente wären da, um diese Solidarität zu üben, also Stabilisierungsfonds. Also das ist alles da, man muss es nur wollen, sagen Sie. Es gibt immer irgendwelche rechtlichen Bedenken, aber wenn der politische Wille da ist, kann man das hinbekommen. Und jetzt ist halt ganz wichtig, diesen politischen Willen zu finden. Und solange man jetzt noch keine konkrete Lösung hat, ist auf jeden Fall nur wichtig, dass man schon mal gemeinsam einen Schulterschluss übt und sagt, wir senden das Signal, hier geht nicht schief, wir stehen zusammen. Dann wird es auch funktionieren. Aber das wäre ja auch eine Lehre aus der Finanzkrise dann, oder? Wurden Sie das so interpretieren? Aus meiner Sicht wäre das ganz klar so. Ich meine, wir haben gesehen, was passiert, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Und wir sind mehrfach kurz vor dem Zusammenbruch des Euros gestanden. Und da mussten halt in ständigen Notoperationen musste dann immer noch mal Geld nachgeschossen werden. Und die EZB musste letztlich dann da einsteigen. Deshalb, das hat man, glaube ich, schon gelernt. Und es hat ja auf europäischer Ebene auch einen Prozess gegeben, der angestoßen worden ist. Und die Vervollständigung der Währungsunion ist da angesagt gewesen von der Europäischen Kommission, noch unter Jean-Claude Juncker. Und da ging es genau darum, dass man die EU für zukünftige Krisen krisenfester macht. Und dazu gehörte eben genau, dass man zum Beispiel ein Euroraumbudget hat, also einen Staatshaushalt für die Eurozone, der sich auch verschulden kann. und dann im Zweifel eben mit gemeinsamen Papieren, die auch wieder von der Europäischen Zentralbank unterstützt werden, dann Krisen meistern kann. Also das wäre dann auch der Unterschied zu dem Haushalt, den man jetzt hat sozusagen, wo alle Staaten Geld reingehen und das wird dann halt verteilt. Und so ein Eurohaushalt würde sagen, wir können auch Schulden aufnehmen als europäische Staatengemeinschaft. Das wäre ja auch nur vernünftig. Einmal zur Unterstützung der Geldpolitik. Wir sehen ja, die Geldpolitik stößt an Grenzen und kann nicht ewig immer noch weiter expansiv werden. Natürlich kann sie schon, aber das ist ja letztlich nicht das richtige Instrument immer. und da könnte man viel die Geldpolitik unterstützen, wenn man einen Haushalt hätte auf europäischer Ebene, der dann bei schweren Krisen auch stützt und der bei Krisen, die in einzelnen Ländern auftreten, diese einzelnen Länder unterstützt, dass die nicht in Abwärtsspiralen getrieben werden. Aber dieser europäische Stabilizitätsmechanismus geht ja in die Richtung. Also wo Europa sagt, wir vergeben Kredite an bestimmte Länder, die müsst ihr dann irgendwann zurückzahlen, aber erstmal ist eine Menge Geld da. Also es gibt verschiedene Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, die in die Richtung gehen. Also man kann sagen, wir haben dieses Instrument, dann sollen wir es nutzen. Vielleicht ist das auch institutionell die einfachste Möglichkeit. Wichtig ist halt nur, dieser ESM ist verbunden mit Konditionalität. Zumal in der Vergangenheit war das so. Also so nach dem Motto, ihr kriegt Geld, aber ihr müsst erst eure Fenden. Genau, ihr kriegt Geld und dann bekommt ihr mal Auflagen und dann müsst ihr nochmal Strukturreformen durchführen und ihr müsst euch zu Anpassungsprogrammen verpflichten und so etwas. Aber das ist ja in der jetzigen Krise definitiv nicht angebracht. Hier hat ja Italien nicht zu viel Geld ausgegeben. Eher im Gegenteil, wahrscheinlich haben sie sogar im Gesundheitswesen leider durch die Sparpolitik eher zu wenig Geld ausgegeben in der Vergangenheit. Das heißt, es sind unverschuldet in diese Krise geraten und deshalb muss man ihnen jetzt helfen. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Truger, dass Sie Zeit hatten für die Lage der Nation. Das war im Gespräch mit der Lage der Nationen. Achim Truger ist Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Soweit das Interview. Also zum Schluss noch ein kurzer Programmhinweis. Ich habe nochmal mich ausführlich unterhalten mit Gerald Knaus von der European Stability Initiative, weil das natürlich auch ein Thema ist, was von Corona völlig überlagert wird momentan, nämlich die Frage, wie sieht es eigentlich mit den Geflüchteten in der Türkei an der türkisch-griechischen Grenze aus und Gerald Knaus hat ja bekanntermaßen, er war ja mit ein paar Tönen hier auch mal in der Lage vertreten, diesen Türkei-Deal mit entworfen, der jetzt ja zumindest gerade gescheitert und in den Neuverhandlungen sich befindet und ihr hattet ja damals auch Kritik und gerechtfertigte Kritik auch geübt an den O-Tönen, auch Pro Asyl hat sich gemeldet und fand das nicht so ganz richtig, wie wir das so dargestellt haben. Diese Kritik habe ich jetzt versucht nochmal aufzunehmen und Herrn Knaus damit auch konfrontiert und vielleicht so als kleines, wie sagt man, einen kleinen Anteaser diese Frage, wer den jetzt eigentlich gewonnen hat, die EU oder Leute wie Orban, die sagen, Zäune hoch, wir brauchen keine Grenzschützer, wir brauchen Soldaten, darauf sagt Knaus. Also ich bin mir nach den Ereignissen der letzten Wochen nicht mehr ganz sicher, ob nicht Viktor Orban bereits gewonnen hat, also ob mit dem Ende der EU-Türkei-Vereinbarung die ja eine Blaupause war für eine Alternative zu Orban. Also die Idee war, wir behalten das Recht auf Asyl, explizit in der Erklärung, wir stützen Flüchtlinge in Drittstaaten großzügig, auch das war explizit, und wir nehmen aus Drittstaaten Leute auf, auch das war Teil der Erklärung. Das ist die Alternative gewesen zu Orban. Eine mehrheitsfähige Alternative, die alle EU-Staaten übernommen haben. Wenn das scheitert, wenn es da keine Verlängerung gibt, dann sehe ich schwarz. So, die Verhandlungen laufen. Man muss sagen, Ehrenrettung Horst Seehofer, er hat gesagt, wir nehmen unser Versprechen ernst und holen die, glaube ich, 1600 unbetreuten Minderjährigen, von denen wir gesagt haben, dass wir sie holen, trotz Corona nach Deutschland. Ist auch ein bisschen untergegangen, aber gehört zur Vollständigkeit. Spannendes Interview, hört es euch mal an. In diesem Sinne würde ich denken, habt eine gute Zeit im Homeoffice. Vielen Dank für euer Interesse an der Lage der Nation. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt zu Hause bleiben. Und wenn ihr in einem Beruf arbeitet, wo das nicht geht, insbesondere in einem der vielen Berufe, die dafür sorgen, dass unser Leben in unserem Land überhaupt weiterlaufen kann, beispielsweise als Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann oder in einem medizinischen Beruf, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Hilfe, für eure Mühe, für euren Einsatz. Ihr bekommt viel zu wenig Danke gesagt und ich denke, auch an dieser Stelle ist das einfach mehr als sinnvoll, das mal zu tun. Vielen, vielen Dank und euch allen, die ihr zugehört habt, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche und bleibt gesund. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.